Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Nachbesprechung von One Piece Kapitel 1080, das Q&A. Und schon das zweite Mega Kapitel von Oda, nach diesem krassen Shanks Kapitel, bekommen wir diesmal ein krasses Monkey D. Garp Kapitel, aber das war ja nicht das einzige. Wir haben die Sword Unit erklärt bekommen, wir haben fünf neue Teufelsfrüchte vorgestellt bekommen und es gibt so großen Anlass zur Diskussion und zur Aufklärung. Aber wir werden uns erst einmal nach euren Fragen zum aktuellen Stand von One Piece kümmern und beginnen mit Karin. Und sie hat gefragt oder er hat gefragt, wie, wer hätte der Marineford ausgesehen, hier fehlen ein paar Wörter, also ich übersetze das jetzt mal anders. Wie hätte der Marineford-Arc ausgesehen, wenn Whitebeard gesund gewesen wäre und wenn Garp nicht zur Marine gehört hätte? Naja, also klar, die Frage zielt hier eher auf Monkey D. Garp ab als auf Whitebeard, aber sind wir doch mal ehrlich, Garp hat ja so sonderlich viel gar nicht gemacht auf Marineford. Klar, er wollte sich an Akainu rächen für Ace, aber wurde von Sengok aufgehalten. Ja, wäre er, wenn er nicht bei der Marine gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt überhaupt dort gewesen oder wäre er wahrscheinlich dann auf der Seite von Whitebeard gewesen, um Ace zu befreien? Ja, das sei mal jetzt dahingestellt. Ja, Whitebeard, wenn er gesund gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich besser gelaufen, aber am Ende, glaube ich, wäre das Ganze auf ähnliche Weise ausgegangen. Denn klar, das ist immer so ein ganz nettes Was-wäre-wenn-Szenario, aber am Ende braucht man da gar nicht so groß drüber nachdenken, denn Oda hat entschieden, wie die Story laufen wird. Und eine Sache, die von vornherein bekannt war, ist, dass Ace hätte sterben sollen. Also Ace tot stand schon relativ früh fest für Oda, das heißt, auch ein Garp, der vielleicht auf der Seite von Whitebeard gewesen wäre. Und egal, wie krass die Whitebeard-Allianz dann am Ende gewesen wäre, selbst mit Ruffy Gear 5, das Ergebnis stand schon im Vorfeld fest von Oda. Aber Ace wäre dann halt auf eine andere Weise irgendwie ums Leben gekommen, weil der halt extrem wichtig war für das Charakter-Development von Ruffy. Ja, also, ja, klar, ist auch immer so das Hauptziel, wenn man irgendein Was-wäre-wenn-Szenario macht, gell. Es geht immer um Marineford oder Ruffy bei der Marine. Ich hätte es gerne mal gesehen und ich warte bis heute auf so ein Video. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal selbst. Was wäre, wenn Usopp auf Water 7 zurückgeblieben wäre? Also, Usopp hätte sich nicht entschuldigt, Ruffy hätte ihm nicht buchstäblich die Hand reichen können und ihn auf die 1000 Sunny ziehen können und die Stroh-Bande wäre fortan mit Beginn des Thriller-Bug-Arcs ohne Usopp unterwegs gewesen. Da müsste man sich dann mal die entscheidenden Punkte raussuchen, was Usopp geleistet hat und ob dann die Stroh-Bande überhaupt hätte weiterkommen können. Naja, hat bisher noch keiner gemacht, aber ich warte immer noch auf so ein Video. Dann eine Frage von Florian und zwar, ist die Lehmfrucht eine Logia oder eine Paramezia-Frucht? Ich würde davon ausgehen, dass es eine Paramezia-Teufelsfrucht ist. Klar, sie wirkt ein bisschen in Richtung Logia-Teufelsfrucht, vor allem weil sie halt eine flüssige Komponente hat. So bezeichne ich das jetzt mal so ähnlich wie die Mochi-Frucht. Die Mochi wurde übrigens als eine spezielle Paramezia bezeichnet. Ich glaube, das ist hier auch für die Lehmfrucht eine gute Bezeichnung, eine spezielle Paramezia, denn eines darf man bei Logia-Teufelsfrüchten nicht vergessen. Es sind halt trotzdem alles Naturkräfte. Wir haben das Licht, wir haben die Finsternis, wir haben den Sumpf, wir haben den Wald, wir haben das Feuer, wir haben Schnee, wir haben Eis und so weiter und so fort. Das sind alles natürliche Dinge. Lehm ist natürlich auch etwas Natürliches, aber es wäre dann ja wahrscheinlich eher so eine Erdfrucht. Und dann sind wir aber schon viel zu weit im Bereich fest, dass man da halt keinen normalen Körper bekommt. Und ich glaube, die Erdfrucht gab es bisher nicht, weil wir zu viele ähnliche Früchte zu einer Erdfrucht hätten. Die Lehmfrucht wäre ja jetzt so eine zum Beispiel, aber auch die Bebenfrucht, mit dem man halt buchstäblich Beben verursachen kann, aber auch halt die Steinfrucht, die in die Richtung geht oder jetzt halt die Inselfrucht von Avalo Pizarro. Da könnte man vielleicht sogar überlegen, hey, vielleicht ist das ja eigentlich eine Logia-Teufelsfrucht. Ich glaube aber trotzdem, da sie alle sehr körperbezogen sind, also sowohl die Lehmfrucht als auch die Inselfrucht, dass es sich hierbei um Paramezia handelt, denn Paramezia ist ja Körper. Dann eine Frage von Max Maxi. Kann es sein, dass das ROX-Mitglied Oshoku, also Wang Xi, der ehemalige Besitzer der Insel-Inselbrucht war und mit Hilfe des Erwachens seine Teufelsfrucht die Insel Hashinoso erschaffen hat? Und nun Avalo Pizarro der Herrscher der Insel ist und die Insel nach Belieben manipulieren kann. Als großes Schiff benutzen, so ähnlich wie die Insel Thriller Bark, halt bloß ohne Teufelsfruchtkraft. Und eventuell die ganze Insel auf einmal auslösen könnte, falls starke Teufelsfruchtnutzer die Insel betreten und man sie alle auf einmal erledigen könnte, weil sie ertrinken würden. Wäre vielleicht ein bisschen zu krass. Also klar, man kann darüber spekulieren, ob Wang Xi eine Teufelsfrucht hatte, Wang Xi beim Rocky-Port-Vorfall vielleicht ums Leben kam und diese Teufelsfrucht jetzt im Besitz der Blackbeard-Piraten ist. Hier könnten aber alle neuen Teufelsfrüchte, die die Blackbeard-Piraten besitzen, infrage kommen. Also nicht nur die Inselfrucht, sondern auch die Schnapsfrucht jetzt von Vasco Schott, weil wir nicht wissen, wann er sie bekommen hat. Die Teleportationsfrucht von Van Ogre, diese Stärkefrucht von Jesus Burgess und sogar selbst diese Krankheitsfrucht von Doc Q, weil wir auch eben nicht wussten, inwieweit diese Teufelsfrucht in den Besitz dieser Charaktere kam, wann, an welchem Punkt. Klar, bei Doc Q und eventuell ja auch bei Vasco Schott können wir vielleicht davon ausgehen, dass sie diese Teufelsfrucht schon vorher hatten, weil sie halt auch schon Anzeichen gezeigt haben. Ja, Vasco Schott, starker Trinker. Ich meine, er wird ja nach einem Schott benannt in dem Sinne und Doc Q, der immer schon ein bisschen kränklich war, seit wir ihn gekannt haben, da macht das halt Sinn. Bei Jesus Burgess zum Beispiel, die Stärkefrucht oder die Teleportationsfrucht von Van Ogre, die sind für mich eher wahrscheinlicher. Die Inselfrucht macht natürlich in dem Sinn auch Sinn. Die Riesenfrucht, das ist eigentlich nur die grobe Übersetzung meinerseits, die heißt ja eigentlich Hatsch-Hatsch-Frucht, also kann auch Riesig heißen, Riesig-Riesig-Frucht. Von San Juan Wolf, die hat er ja schon ja vor dem Timeskip. Hier wird es aber auch geschrieben, klar, Wang Xi könnte auch noch am Leben sein, dann hat er vielleicht auch noch seine Teufelsfrucht und vielleicht sitzt er mit Gekko Moria tiefer im Gefängnis. Vielleicht ist er ja dort und dann hat er noch eine Teufelsfrucht oder er hatte nie eine gehabt, aber ja, man kann das spekulieren. Eine ausgereifte Theorie ist es da noch nicht, weil wir haben zu viele Variablen. Es geht aber weiter mit einer Inselfrage und zwar die Insel-Inselfrucht erlaubt es einem Nutzer, sich mit einer Insel zu verbinden und sie zu manipulieren. Meiner Meinung ist die Frucht eine verbesserte Variante der Stein-Stein-Frucht von Pika. Wäre es möglich, dass noch eine stärkere Teufelsfrucht-Variante als die Insel-Inselfrucht gibt, und zwar die Erde-Erde-Frucht und sie im Besitz von Imsama ist? Meine Idee zur Teufelsfrucht, mit der Teufelsfrucht kann man die Anhaltspunkte aller Lebensformen ausfindig machen, alles hören, alles sehen, was auf der Welt passiert und ganze Insel auslöschen. Deine Meinung dazu. Wenn er mit dieser Erde-Erde-Frucht alle Inseln direkt auslöschen könnte, für was braucht er einen Buster-Call oder diese Superwaffe, die wir in Kapitel 1060 gesehen haben? Wenn er diese Insel einfach auslöschen könnte. Also nein, das hat er mit Sicherheit nicht. Des Weiteren haben wir ja die Erklärung zu den Teufelsfrüchten bekommen, dass das Meer ja Teufelsfrucht-Nutzer bestraft, weil sie etwas Unnatürliches sind. Und wir ja davon ausgehen, dass eher Imsama etwas mit dem Meer zu tun hat. Imu, rückwärts geschrieben Umi, japanisch für Meer, wird es wahrscheinlich eher in die Richtung ausgehen. Und vielleicht hat Imu dann überhaupt gar keine Teufelsfrucht. Auch diese Möglichkeit sollten wir in Betracht ziehen. Auch hier viel zu viel Spekulation, weil wir zu viele Variablen haben bei der ganzen Geschichte. Dann eine Frage vom wunderlichen Wanderer. Er fragt, glaubst du, Garb könnte gefangen genommen werden oder gar getötet? Und wie wird Ruffy und Dragon darauf reagieren? Naja, da sie ja direkte Verwandte von Garb sind, sind sie wahrscheinlich nicht glücklich darüber, dass ihr Vater bzw. Großvater getötet wird oder gefangen genommen wird. Auf der anderen Seite, so viel haben sie eigentlich nicht miteinander zu tun. Sie sind alle drei unterschiedliche Wege gegangen. Ja, Garb, der zwar wollte, dass Ruffy zur Marine geht, ist halt Marine-Mitglied. Und auch mehr oder weniger überzeugt das Marine-Mitglied, zumindestens, was den Grundgedanken betrifft. Deswegen ist er eigentlich das perfekte Parabelbeispiel für ein Sword-Unit-Mitglied. Ähm, aber, ähm, Ruffy hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er wollte Pirat werden, genauso wie Dragon, der vielleicht auch versucht wurde, in die Marine zu drücken, hat sich halt für den Freiheitskämpfer entschieden, später dann Revolutionsarmee. Ähm, was sollen die halt machen? Ja, also natürlich ist ja auch hier wieder die Information, äh, sie müssen es erfahren. Und wir haben es ja im Grunde auch bei Ruffy gesehen, erst wenn wirklich, äh, ja, die besagte, äh, ähm, Punkt, Punkt, Punkt am Dampfen ist, dann, dann wird Ruffy erst einschreiten. Und das ist vielleicht bei Garb nicht so der Fall. Wenn er getötet wird, kann er ja nichts unternehmen. Dann heißt er, dann hat er halt einfach nur einen weiteren Grund, auf Blackbeard wütend zu sein, sollte Blackbeard ihn da töten. Wenn er gefangen genommen wird, ja, dann wird er wahrscheinlich nicht direkt getötet und wird vielleicht als, als bessere Handelsware als Kobe behandelt, äh, was, äh, Blackbeard ja nutzen möchte, damit die Pirateninsel ein eigenes Land wird und er der König. Ja, muss man mal schauen, ob man einen Garb überhaupt gefangen nehmen kann. Der ist ja auch wahrscheinlich schwieriger, dann in Ketten zu legen als andere Charaktere, wenn wir sehen, was er für eine Stärke hat und er ist ja bekanntlich kein Teufelsfruchtnutzer. Mal gucken, wie die ganze Sache ausgeht. Also, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Wir haben jetzt natürlich einen krassen Monkey, die Garb gesehen. Man darf aber eine Sache nie vergessen. Ja, das sah krass aus, aber am Ende hat er da vielleicht nur einen Haufen Vordercharaktere besiegt. Also, so wie Ruffy, der, äh, jede Menge Fischmenschen mit seinem Königshaki ausgenockt hat, ist zwar beeindruckend von der Zahl her und vom, wie es aussieht, aber am Ende halt kein nennenswerter, wirklicher Erfolg. Hätte er jetzt gesagt, er hätte jetzt mit diesem Schlag, Avalo Pizarro, Chirio, Vasco Shot, San Juan Wolf, äh, ich glaub, das waren die vier, die auf der Insel sind gerade, komplett gewonshottet. Wär das ein anderes Thema. Ich meine, wir haben ein Kapitel zuvor gesehen, wie mit einer Attacke ein Eustace-Captain-Kit drei Milliarden Barry wert ist und ein Killer gewonshottet wurde mit einem Schlag. Das fand ich ein bisschen krasser, als jetzt das von Garp. Das sah natürlich krass aus, brauchen wir gar nicht drüber reden. War wahrscheinlich auch eine krasse Attacke. Garp ist definitiv in gewisser Weise unterschätzt worden, aber er muss jetzt auch nicht gleich im nächsten Moment komplett überschätzt werden. Ja, also, keine Ahnung. Vielleicht hätte auch ein anderer Charakter eine gleichwertige Attacke landen können. Ja, vielleicht auf eine andere Weise, aber so etwas, das hätte ich auch von einem Kaido oder von einer Big Mom erwarten können. Ich meine, selbst ein Ruffy oder, hey, sogar ein Lord oder ein Kit könnten wahrscheinlich so eine krasse Attacke starten und Chanks sowieso. Ja, nur mal so als Idee oder, hey, ähm, Mihawk. Ja, also, gibt's bestimmt ein paar, die das genauso können. Äh, sieht halt nur krass aus jetzt. Ja, und klar, da müssen wir definitiv uns nochmal drüber unterhalten. Äh, Elban Krieger hat gefragt, Meinst du, Garp lässt sich in einem All-Out-Kampf sein Leben für die Marine-Zukunft, den Roger, Whitebeard und jetzt Garp, damit wäre die Stützfalle der alten Generation weg? Naja, ich sag mal so, ähm, Roger war ja nie ein Thema in der eigentlichen Story per se, weil er ja vor der eigentlichen Story stirbt und quasi eigentlich die eigentliche Story erst so anschiebt mit dem großen Piraten-Zeitalter. Äh, Whitebeard war so der buchstäbliche große weiße Wal auf dem Meer. Er hatte ja das Schiff Moby Dick, da passt nochmal hier dieser, dieser Vergleich. Ähm, und danach kam ja schon die nächste Generation. Also, die nächste Generation ist ja dann schon Kaido und Big Mom. Äh, und jetzt kommt dann mal die noch neuere Generation mit Ruffy und die anderen der schlimmsten Generation. Ähm, wird, wird Garp sterben in einem All-Out-Kampf. Wer soll ihn da zu, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich schätze die jetzt nicht schwach ein, die Blackbeard-Piraten, die dort sind, aber aus dem aktuellen Vergleich sehe ich da nicht, dass da irgendeiner sterben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht wird das in einem Unentschieden enden, vielleicht ist dann im Grunde das Ziel erreicht, indem man Kobe und diese Sklaven, die da auch noch von Blackbeard auf der Insel waren, ähm, halt befreit hat und wegbringen kann, weil am Ende, er hat zwar gesagt, gab, er ist dort, um Blackbeard den Hintern zu versohlen, das hat er ja gesagt, als er El Meppo abgeholt hat, aber Blackbeard ist ja nicht da. Und im Grunde ist dann der Hauptplan von ihm, Kobe zu befreien. Und mehr will er doch gar nicht. Ja, das ist ähnlich wie die Revolutionsarmee, die eigentlich nur Bartholomew Kumar aus, äh, aus Mary Joa befreien wollte und mehr wollten sie halt auch nicht. Die Kämpfe, die jetzt so stattfinden, das ist halt so nebenbei. Ich meine, wir könnten dieses ganze Szenario auch so haben, dass Garp alle vier besiegt hat von den Blackbeard-Piraten, die sind dann, äh, bewusstlos oder sonst irgendwas oder sind schwer angeschlagen und können Garp halt nicht aufhalten und Garp ist wieder zurück bei der Marine mit Kobe. So einfach kann's halt sein. Und wenn Blackbeard dann zurückkommt, sieht er halt das ganze Schlamassel, äh, der da angerichtet wurde. Das war, ist definitiv so oder so ein schwerer Schlag für Blackbeard erst einmal, den er da abbekommen hat, auch wenn er ihn nicht direkt abbekommen hat. Äh, OssiTV, vielen, vielen Dank für 2.49. Umay, mein Freund. Zweite Frage, meinst du, Avalo Pizarro hat seine Brucht erweckt, denn er spürt jede Vibration an seinem Körper? Ja, also ich glaube nicht, dass das schon in Richtung Awakening geht, ja, weil, ich meine, er ist halt die Insel, oder halt dieser Teil der Insel, wo er ist. Er war halt zu dem Zeitpunkt dieser, dieser Totenschädel in der Mitte, ja, dieses große Gebäude, ähm, und dort war halt eben auch das Gefängnis. Das, äh, wo der Ausbruch stattfand, den Perona eingefädelt hat, und den hat er halt gespürt. Ja, also das muss jetzt noch nicht krasses Awakening sein, also weiß nicht, ob man diese Frucht überhaupt erwecken kann. Ich weiß auch nicht, ob er die ganze Insel sein kann, oder immer nur ein Teil dieser Insel, so wie es halt eben auch bei der Steinfrucht war, nur halt, äh, ohne diese Bedingung, nur, äh, Stein halt eben zu verwenden. Äh, dann eine Frage von Flo, er hat gefragt, Lafitte und Devin sind die einzigen, die wir bisher nicht von der Blackbeards gesehen haben. Denkst du, dass sie damit feststehen für Egghead? Damit könnte man ja auch noch Lafitte mit seiner Frucht einführen, und Devin könnte auch sehr interessant werden, wenn sie sich unter die Leute mischt. Ähm, das ist halt so ein Punkt, den habe ich jetzt bereits in der Review am Mittwoch, also der Ersteindruck-Review gesagt, und dann auch nochmal aufgezählt im Blackbeard-Video vom Freitag, gönnt euch das definitiv ein Blick wert, weil, äh, dort viele Bilder verbaut worden sind, also es ist echt was zum Angucken. Ähm, wenn man vom Ausschussverfahren ausgeht, ja, Katharina, Devon, Lafitte, das sind die beiden, die fehlen, und Cousin natürlich, und das sind natürlich höchstwahrscheinlich die Kandidaten, die gerade nach Egghead Island unterwegs sind. Vielleicht ist auch nur einer unterwegs von denen, vielleicht sind nur zwei unterwegs, vielleicht sind sie alle drei unterwegs, wir wissen das nicht, weil es kann ja auch sein, dass, äh, ein Cousin nochmal ganz woanders dahin geschickt wurde, oder eine Katharina Devon ganz woanders dahin geschickt wurde, und dasselbe gilt natürlich für Lafitte, aber, da wir ja jetzt gesehen haben, wer auf Winner Island ist, und wer auf, äh, der Pirateninsel ist, bleiben halt eben nur noch diese Charaktere übrig, und ja, Lafitts Teufelsfrucht, Ankündigung, was es für eine ist, die bleibt noch ausstehend. Äh, Tobias hat gefragt, meinst du, Hibari steht auf Kobe und hat eine Chance bei ihm? Ähm, das wurde zumindest im Kapitel auch suggeriert, da sie ihm ja ein Bento gemacht hat, äh, und er das ja nicht direkt falsch verstehen soll, aber allgemein kann man sagen, dass Kobe relativ gut bei, äh, Mädels ankam, äh, er wurde ja auch direkt im, äh, im Reverie-Ark mit Rebecca gechippt, also, ich würde sagen, Kobe ist halt einfach, äh, sehr beliebt bei, bei, äh, den Frauen, und, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das Hibari ähnlich geht. Äh, denkst du, wir haben jetzt alle wichtigen Mitglieder von S.H.O.T. gesehen? Naja, also wirklich alle bestätigt haben wir ja noch nicht, wir gehen nur davon aus, das ist ja so ein Thema. Ich meine, es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um S.H.O.T. Unit-Mitglieder handelt, also Monkey D. Garp, Sengok, Deastrake, gut, der war schon bestätigt, klar, ähm, äh, wie meinte ich jetzt noch, ähm, Corazon zum Beispiel, also Don Quixote, Rosinante wäre noch ein Mitglied, was, äh, was man mit einbeziehen kann, und, äh, ja, das, das, dann, dann sind wir auch schon am Ende. Und das ist halt der Punkt, ähm, wer ist noch bei der S.H.O.T. Unit? Smoker wird jetzt oft genannt, klar, es ist sehr wahrscheinlich, aber auch bestätigt wurde nix. Theoretisch ist nicht mal Tashigi bestätigt, weil sie so nicht vorgestellt wurde. Wir haben ja Tashigi nur erkannt, weil wir sie halt kennen, wie sie aussieht, äh, kann aber auch sein, dass sie einfach so mitgekommen ist, weil sie auf der G14-Basis ist. Aber auf der anderen Seite passt das natürlich in das Konzept, denn Tashigi hätte wahrscheinlich abgewartet, um Befehle zu erhalten, ob sie mit der S.H.O.T. Unit mitgehen muss, oder nicht, und da sie sich ja scheinbar persönlich entschieden hat, äh, könnte es halt natürlich sehr gut sein, dass sie halt ein S.H.O.T. Unit-Mitglied ist. Aber die offizielle Bestätigung, die steht aus und da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir schon alle wichtigen Mitglieder gesehen haben. Ich denke aber, wir haben die meisten schon gesehen. Ähm, die nächste Frage, wie denkst du, wird Blackbeet reagieren, wenn er sieht, dass Kobe und Moria entkommen sind? Naja, er wird nicht glücklich sein. Ich finde diese Fragen immer sehr interessant, wie wird er reagiert? Ja, was soll er denn machen? Er kommt zurück, die Pirateninsel in Trümmern gelegt, gell, die Blackbeet-Piraten vielleicht besiegt alle und liegen da rum oder so etwas. Gecko Moria geflohen, äh, Kobe geflohen, den er eintauschen wollte. Was er mit Gecko Moria vorhatte, wissen wir ja noch nicht. Ob die überhaupt freikommen, wissen wir halt auch nicht, gell. Ich meine, ich fand es sehr interessant, dass man Chirio und Vasco Schott gesehen hat, kurz vor der Attacke von Garp und die waren so gar nicht beeindruckt davon. Nicht so wie wir Fans, gell. Ähm, komisch, ne, vielleicht war das dann doch nicht so krass. Ähm, da muss man halt schauen. Aber ich glaube, er wird nicht froh sein. Ne, vielleicht wird er da erstmal halt wütend und toben. Aber was soll er machen? Er kann ja nicht direkt dann zur nächsten Marinebasis gehen und sich Kobe wieder zurückholen. Äh, und wo Gecko Moria hin verschwunden ist, das wird er dann wahrscheinlich auch so schnell nicht wissen. Ja, also steht er ja da erstmal mit leeren Händen dort und, ja, vielleicht kommt dann der ganz neue Plan. Hey, ich hab ja die Robe-Pornoklyphe von Law eventuell bekommen. Aber auch hier steht ja aus, ob er überhaupt gegen Law gewinnt. Ich gehe natürlich felsenfest davon aus, dass er gegen Law gewinnt. Vom Plot her macht das, äh, am meisten Sinn. Denkst du, Garp wird hier sterben? Haben wir schon geklärt. Also, ich sehe keinen Grund dafür, dass er stirbt. Äh, würde gern auch mehr von ihm sehen. Er könnte uns vielleicht auch noch die ein oder andere Sache erzählen. Deswegen, ja, könnte ein großes Unentschieden werden, das Ganze. Aber am Ende, er muss ja nicht all out gehen. Sein Ziel ist ja, Kobe zu befreien. Was, was interessiert ihn Gecko Moria? Vielleicht noch diese Sklaven, die dort sind, weil die nix dafür können, dass sie dort eingesperrt worden sind. Das suggeriert ja der Name. Jo, und dann, die kann er ja auch locker befreien. Und ich glaube, die Blackbeard-Piraten, die da gerade sind, ja, und gehen wir mal davon aus, die können es nicht mit ihm aufnehmen. Ja, wir wissen ja nicht, wie krass die im Vergleich zu Garp sind. Äh, sagen dann auch, okay, da sind wir ganz cool damit und Hauptsache, wir sterben hier nicht und sowas. Ist halt auch ein Thema. Ne? Äh, denkst du, Blackbeard wird in der Story noch König? Also, theoretisch könnte er sich auch einfach selber als König ernennen und dann ist er ja König. Vielleicht nicht von der Weltregierung anerkannt, aber, ja, ich meine, er hat dies ja auch selbst vom Captain Blackbeard zu Commodore Blackbeard befördert, wurde ja auch wieder als Commodore in dem Kapitel bezeichnet. Warum soll er sich nicht zum König von der Pirateninsel erklären? Ähm, dafür muss er ja nicht offiziell anerkannt werden. Er könnte aber auch der Piratenkönig werden, weil er einfach vorher ankommt und One Piece findet. Also, ja, ich würde mal sagen, in gewisser Weise könnte er in der Story noch König werden. Ob es genau das ist, was er eigentlich wollte, äh, sei mal dahingestellt. Dann ein paar Fragen von Dennis. Er hat gefragt, Denkst du, ähm, weiß nicht, ob er die vorher gegessen hat. Ich meine, wenn man sich Tetch anguckt als Charakter und, hey, wartet gerne mal auf den Ace-Manga, der ja auch dieses Jahr noch nach Deutschland kommt, äh, ist bald sogar soweit, ähm, da werden die halt auch noch mal Tetch richtig kennenlernen. Und ich, 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 ich hab's ja immer wieder gesagt, ich glaub nicht mal, dass er überhaupt auf die Idee gekommen ist, diese Teufelsrucht zu essen. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, hätte Blackbeard anständig gefragt und gesagt, hey, ich weiß, was das für eine Teufelsrucht ist, ich wollte die schon immer haben, die sind seit mehreren Jahrzehnten zusammen auf dem gleichen Schiff. Ich glaub, Tetch hat gesagt, jo, ist alles klar. Ja, gibst du mir mal einen aus oder so? Kann ich mir vorstellen? Oder gibst du mir Geld da dafür oder so? also, ja, also, es würde ja auch keinen Unterschied machen, gehen wir davon aus, Tetch hätte die Finsternisfrucht gegessen und Blackbeard hätte ihn dann direkt danach umgebracht. Ja, selbe Thema, was er mit Whitebeard gemacht hat, äh, sofern das überhaupt ohne Finsternisfrucht möglich ist, was er da mit Whitebeard gemacht hat. Könnte ja auch sein, dass da die Finsternisfrucht mit ein, eine Rolle gespielt hat. Ähm, es macht ja im Grunde gar keinen Unterschied. Aber, ich glaube eher nicht, weil alles darauf hindeutet, dass er sie nicht gegessen hat. Äh, im letzten Livestream hast du erwähnt, dass Oda einmal sagte, dass die Magmafrucht, die mit der größten Zerstörungskraft ist. Im Manga-Anime erwähnt Sengok allerdings, dass Whitebeard die Kraft hat, die Welt zu zerstören. Ich hätte eigentlich nach, ich hätte auch eigentlich, ich hätte eigentlich auch eher gedacht, dass die Erdbebenfrucht, die mit der stärksten Zerstörungskraft ist. Was ist deine Meinung dazu? Oder hat mal in der Fanpost gesagt, dass die Magmafrucht die Teufelsfrucht ist, mit der größten Zerstörungskraft? Das müssen wir einfach mal so hinnehmen. Das heißt, die Magmafrucht, äh, hat die größte Zerstörungskraft, aber vielleicht in einem kleineren, äh, Bereich, als die, Erbebenfrucht, das in der Möglichkeit hat. Aber, um auch dein, äh, dein Wohl zu beruhigen an der Stelle, oder hat auch was über die Guda-Gudanomie, also die Bebenfrucht, hat in der Fanpost gesagt, und zwar, dass sie wahrscheinlich, die stärkste Paramezia-Teufelsfrucht ist. Und zwar, ist sie so stark, dass sie es, mit den krassen Logia-Früchten, aufnehmen kann. Das heißt, ja, das sind beides, extrem starke Teufelsfrüchte, und, wenn wir da mal rein, irgendwie, mal so ein Ranking machen würde, die Teufelsfrüchte, mit der größten Zerstörungskraft, dann wäre die nicht weit hinter, der Magmafrucht, höstwahrscheinlich. Ja, aber, da sind wir sowieso schon, in einem Bereich, wo man halt wirklich, die Welt zerstören wollen könnte, wenn man möchte. Aber so viel, zu den Themen, was in der Fanpost steht, und so weiter, und das mit Sengok, ist natürlich richtig, das hat er gesagt. Aber, die Magmafrucht, ist halt einfach nochmal krasser. Big News abends meinte, welche Teufelsfrucht, würdest du dir für Kobe wünschen? Finde ich interessant, ich habe ja, die Spekulation, in der Review geäußert, dass Kobe inzwischen, eine Teufelsfrucht haben könnte. Ja, weil er hat nicht gekämpft, in diesem Kapitel, er hat eine Kette, die er mit sich rumträgt. Ja, vielleicht konnte er nicht kämpfen, weil er zu schwach war, wegen, ja, der Kette, und Seestein, und so weiter, und außerdem, warum hat man ihm extra, eine Kette umgelegt, ist das so wichtig? Ich meine, aufgehalten hat sie ihm ja nicht wirklich. Ist wahrscheinlich nervig, aber ansonsten, hm, welche Teufelsfrucht, würde man sich für Kobe wünschen? Ist schwierig zu sagen. Also, ich sage mal, das ein bisschen allgemeiner, eine Soan Teufelsfrucht. Warum? Weil Kobe ja wahrscheinlich ein Charakter ist, der irgendwann Admiral wird, das war ja sein Traum, wobei, ich halt auch sagen muss, ist das wirklich noch der Traum von Kobe, oder hat sich der Traum geringfügig verändert, dass er quasi der neue Gab sein möchte? Ja, der neue, ja, Held der Marine ist ihm ja unangenehm, aber halt jemand, der halt das symbolisiert, was für ihn eigentlich ein Admiral ist, und dann brauchst du den Rang in der Marine nicht. Aber da bisher alle Admirele, abgesehen von Gab, der hatte ja ebenfalls das Angebot gehabt, zum Admiral aufzusteigen, die immer eine Teufelsfrucht hatten, und der Name sich ja immer auch so ein bisschen auf die Teufelsfrucht bezogen hat, gelbe Affe, gelb Lichtfrucht, beziehungsweise Funkelfrucht, roter Hund, rot Magmafrucht, blauer Fasan, blau Eisfrucht, fliederfarbener Tiger, ja, das ist wirklich der offizielle Name, fliederfarbener Tiger, also violett, violett wird die Gravitationsfrucht, diese Drückdrückfrucht, die Fujitora hat, bezeichnet, also dargestellt, will ich so sagen, und wir haben den grünen Stier, grün Wald, das passt auch. Was aber hier fehlt, denn Fujitora ist ja auch hier die große Ausnahme, weil er eine Paramezia hat, richtig, es fehlt eine Sohan-Teufelsfrucht, deswegen hatten wir bei Green Bull auch gehofft, dass es mal eine Sohan-Teufelsfrucht wird, ist da trotzdem wieder eine Logia-Teufelsfrucht geworden, wenn wir dieses Konzept folgen, wird es höchstwahrscheinlich eine Logia-Teufelsfrucht, und dann bekommt er natürlich seinen Namen, und das wird wahrscheinlich nicht rosa sein, wegen seinen Haaren, sondern irgendetwas mit seiner Teufelsfrucht zu tun haben, oder halt, was ich cool finden würde, eine Sohan, vielleicht eine mystische Sohan, wäre ja richtig cool bei der Marine, wenn er die dann hätte, aber es ist natürlich dann die große Frage, wo hat er sie in der kurzen Zeit herbekommen, wenn er denn überhaupt eine hat, sofern er überhaupt jemals eine bekommen wird, wie gesagt, auch das reine Spekulation meinerseits in der Review. JJ Cool hat gefragt, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass entweder Sword sich von der Marine abspaltet, als eigene Organisation der Gerechtigkeit, neben Player, neben den Revos, oder Sword sogar die aktuelle Marine ersetzt. Ich finde auf jeden Fall den Gedanken der Abspaltung der Marine, oder die Aufspaltung der Marine sehr interessant, Ich habe ja auch in der Vergangenheit oft davon geredet, dass die Marine sich vielleicht abspalten könnte, von der eigentlichen Marine, also zwei spalten kann, die eine sind dann halt weiter auf der Seite der Weltregierung, und die anderen sind halt gegen die Weltregierung. Und diese Spaltung haben wir ja im Grunde bereits in der Marine, nur dass diese beiden Parteien halt weiterhin zusammenarbeiten, in gewisser Weise, und zwar normale Marine und Sword-Mitglieder. Es könnte natürlich sein, dass die auch irgendwann gegeneinander kämpfen würden, und dann wäre es wahrscheinlich auch in dieser Konstellation, Sword-Unit und normale Marinesoldaten, die halt treu hinter der Weltregierung stehen. Also ich kann mir vor allem dann gut vorstellen, dass es zu Reibereien kommt, bei Charakteren wie Ryokyu, grüner Stier, weil der ja hundertprozentig Weltregierung ist, und da kann ich mir vorstellen, dass der mal mit ein paar anderen Leuten aneinander rasseln könnte. Aber wir werden es sehen im letzten Krieg. Aber ja, wenn dann überhaupt, wären es dann zwei Marineeinheiten, also weniger wie die Revos, auch wenn sie dann wahrscheinlich nicht so hundertprozentig anerkannt wären, von der Weltregierung als eigenständige Marine. Aber auf der anderen Seite ist das auch gar nicht so wichtig, weil du setzt dich ja trotzdem weiterhin ein. Dann haben wir ein paar Fragen von Maurice. Denkst du, Garp hat Avalo Pizarro durch seine Attacke verletzt, weil Pizarro durch die Insel frucht, alles spürt, was die Insel abbekommt? Auch hier weise ich nochmal darauf hin, dass er alles spürt, was auf dieser Insel passiert, weiß ich nicht. Wir wissen nur, dass er das gespürt hat, dass die Leute da ausgebrochen sind, und zu dem Zeitpunkt war er halt der Schädel. Wir haben es ja gesehen, also nicht wirklich gesehen, aber es wurde ja gesagt, dass er der Schädel gewesen ist. Ob er irgendwas am Rocky Port mitbekommen hat oder sonst und weiter, wissen wir halt nicht. Wie viel er da spüren kann, was auf der Insel passiert. Vielleicht kann er tatsächlich alles auf der Insel spüren, aber dann ist halt natürlich die Frage, kann er spüren, was da passiert, und ist das ein Sinn, wo er halt merkt, da ist halt was, aber kann er durch diesen Sinn Schaden nehmen? Das ist halt die andere Frage, die ich mir dabei stelle. Ich glaube nicht, dass er da Schaden genommen hat, wirklich. Deswegen wurde er wahrscheinlich nicht verletzt. Zumindest kann ich mir auch vorstellen, dass bei so einer Attacke man sich dann auch so weit zurückzieht, damit auch eben nichts passiert. Aber ich denke, alle haben mitbekommen, was auf der Insel gerade passiert ist nach dieser Attacke. Einfach durch die Wucht alleine bekommt man mit und dass halt die ganze Stadt da zerstört wurde. Kann Kobe überhaupt noch? Marine-Admiral werden durch seinen Beitritt bei der Sword-Einheit oder ist das dadurch nicht mehr möglich geworden? Also theoretisch kann er das noch, weil diese ganzen Sword-Unit-Mitglieder weiterhin ihre Ränge in der Marine begleiten. Dieser Prinz Gruß ist ein Konter-Admiral, genauso wie Diaz Drake. Gut, bei Diaz Drake bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Kann ja auch sein, dass der getötet ist, dann hat er gar keinen Rang mehr. Und ich glaube, auch diese Kunjaku hatte den Konter-Admiral-Rang. Die haben halt ihre Ränge noch. Hibari war Commander, Helmepo war Lieutenant Commander, Kobe war weiterhin Captain. Also die Ränge innerhalb der Marine haben die halt weiterhin. Sie haben ja auch gesagt, sie sind ja nicht wirklich weg von der Marine. Sie sind Marine, aber halt gleichzeitig nicht Marine. Sie müssen sich halt nur nicht an die Befehle von oben erteilen. Aber bei der aktuellen Konstellation der Marine glaube ich nicht, dass Kobe derzeit zum Admiral werden kann, weil sie wahrscheinlich keinen von der Sword-Unit dort oben haben wollen. Hat Garp das, ich sag mal, infusierte Königshaki und ist sein Angriff mit infusiertem Königshaki ummantelt, da er ja auch sehr weit von der Insel weg ist und trotzdem alles zerstört, ohne es zu berühren? Oder ist das normales Königshaki? Gehen wir mal davon aus, dass Garp einer der krassesten Haki-Only-Kämpfer ist, da wird er wahrscheinlich auch das infusierte Königshaki, was ja eigentlich Quatsch ist, weil du brauchst ja eigentlich Ryo-Haki als Technik, um das überhaupt zu kanalisieren, dann auch beherrschen wird. Bei der Attacke wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Ja, es gibt noch ein paar Zweifler, dass das Königshaki ist und es ist richtig, 100% bestätigt ist es nicht, dass es Königshaki ist, aber immer gehen wir stark davon aus, der hat immerhin mit Roger gekämpft und wird da nicht komplett immer verloren haben und Kaido hat es ja angekündigt, Roger war der krasseste, also ab einem gewissen Punkt und ich denke, da gab es halt in der Stelle schon. Würde es Blackbeard überhaupt etwas nützen, Vegapunk zu empführen, um ihn als Druckmittel bei der Weltregierung zu benutzen, wenn die Weltregierung Vegapunk sowieso tot sehen will beziehungsweise loswerden möchte? Ich denke mal eine Frage auf das Blackbeard-Video, weil ich ja auch Theorien darüber geäußert habe, warum ist das Schiff überhaupt unterwegs nach Egghead Island? Sie könnten versuchen, Vegapunk zu entführen, um Vegapunk dann bei der Marine, also bei der Weltregierung zu erpressen für den Königsstatus. Natürlich würde das Blackbeard absolut gar nichts nützen. Das weiß Blackbeard aber nicht. Ja, an der Stelle muss man immer wieder darauf achten, was weiß der Charakter, was weiß der Leser? Und Blackbeard, als er das Schiff nach Egghead Island geschickt hat, wusste gar nichts. Er wusste höchstwahrscheinlich, dass die drei Kapitäne von Wano Kuni ablegen werden und er wusste wahrscheinlich die drei Kurse, nämlich Winner Island, Elbath und Egghead Island. Und auch Winner Island ist er persönlich gegangen und er wusste nicht, wen er dort treffen wird. Heißt, er wusste nicht, welcher Pirat welche Route nehmen wird und war ja auch überrascht, dass es Lore gewesen ist. Das heißt, er weiß auch nicht, wer in Egghead Island ist und er weiß halt auch eben natürlich nicht, wer nach Elbath geschippert ist. Das heißt, es kann ja nichts mit diesen Piraten per se zu tun haben. Ich schätze mal, dass er weiß, was in Elbath los ist, dass das Shanks Gebiet ist, da wird er keinen hingeschickt haben. So wie es ja aussieht, hat er auch gar keine Piraten mehr übrig dafür. Und bei Egghead spekuliert er halt. Vielleicht will er wirklich diesem einen Piraten hinterher, ohne zu wissen, wer dieser Pirat sein wird. Auf der anderen Seite kann er sich halt irgendwas holen, was es dort in Egghead Island halt gibt und was von ihm für Wert hat. Und das könnte Vegapunk sein, auch wenn er natürlich nicht weiß, dass Vegapunk eliminiert werden soll von der Weltregierung. Und die Weltregierung will es ja offenkundig wahrscheinlich auch nicht bekannt geben, weshalb Big News Morgans ja dann einschreiten möchte und das dann so verkaufen will, dass es eigentlich hier Ruffys Idee war, Vegapunk zu entführen oder zu töten dann später. Also nein, zur Frage, es nützt ihm gar nichts, aber das weiß er halt nicht. Ist halt wieder das Thema. Wir wissen das natürlich, aber Blackbeard sollte diese Information noch nicht haben. Denkst du, Kusan gehört noch zur Sword-Einheit oder ist er ein waschechter Blackbeard-Pirat? Oder verfolgt er seine eigenen und noch nicht bekannten Ziele? Das sind die drei Optionen, die mir Kusan zuschreiben können. Ja, wir wissen absolut gar nichts davon. Genauso überraschend wie für die Gorosei war der Beitritt von Kusan für uns Fans. Ja, und klar, wir gehen immer natürlich von Kusan ist der Gute aus und er ist ein Spion und er ist bei der Sword-Unit und ja, das ist vielleicht auch das wahrscheinlichste Szenario. Er hat ja auch in dem Kapitel direkt auf das Wort Sword reagiert. War eine sehr, ja, komische Reaktion. Das kann schon mal verdächtig aussehen. Es könnte aber auch sein, dass er davon überzeugt ist von Blackbeards Plan, weil er den wahren Plan von Blackbeard kennt und denkt einfach, hey, damit kann ich meine eigene Agenda ebenfalls durchsetzen, was ich mir halt für die Zukunft der Welt erträume. Auf der anderen Seite kann er auch komplett eigene Ziele verfolgen, aber wären dann die eigenen Ziele, wenn er sich bei Blackbeard einschleicht, vielleicht nicht auch verbunden mit der Sword-Unit, also ähnlich wie bei Deer Strake. Naja, also das sind halt diese drei Optionen, die wir haben und weiterhin sind die auch alle noch sehr wahrscheinlich. Könnte Wang Xi der Vorbesitzer der Inselfrucht von Avalo Pizau gewesen sein? Ja, klar. Wie gesagt, er könnte auch die Stärkefrucht, die Teleportationsfrucht, die Krankheitsfrucht oder die Schnapsfrucht besitzt haben oder er hat sogar eine Teufelsfrucht, die wir alle noch nicht kennen, weil er noch am Leben ist. Ich würde noch nicht mal ausschließen, dass der tot ist. Äh, also nicht ausschließen, dass er tot ist, dass er noch am Leben ist, so habe ich das gemeint, weil wir haben noch nicht gesehen, wie der Typ aussieht. Das wäre mal interessant zu sehen, wie der aussieht. Wir haben nicht mal eine wirkliche Silhouette von dem. Also doch, vielleicht bei den Rockspiraten, aber ich glaube, da hat man nur die Wichtigsten gezeigt und nicht Wang Xi. Also ja, vielleicht ist der im Gefängnis mit, mit, äh, Gekko Moria. Lebt noch, hat Teufelsfrucht und alles am Start. Oder er war einfach nur ein krasser Haki-Typ. Also, viele Möglichkeiten. Ähm, Hermes hat gefragt, wäre Vasco Schott nicht ein guter Gegner für Nami, da sie so viel Alkohol verträgt, also, wenn man davon ausgeht, dass er mit seiner Frucht Leute betrunken machen kann? Klar, also, trinkfeste Charaktere sind bestimmt gute Gegner für, äh, Vasco Schott, also eigentlich schlechte Gegner für Vasco Schott, weil die ja dann wahrscheinlich nicht so, ähm, anfällig wären. Aber was Vasco Schott tatsächlich mit seiner Teufelsfrucht machen kann, ist halt auch immer noch komplett random. Diese Bläschen, da sind sich ja viele Leute uneinig. Ich hab's ja auch in den Spoilern, äh, zuerst Eindruck auch damals gesagt, vielleicht sind diese Bläschen auch hier diese Rotzglocken von San Juan Wolf, die man ebenfalls da sieht. Ich finde, da hat Oda nicht so gute Arbeit gemacht, das gleichzeitig auf dem gleichen Panel darstellen zu lassen. Ähm, vielleicht sind die eben von dieser Teufelsfrucht. Aber auf der anderen Seite, wenn er halt merkt, okay, den Gegner betrunken zu machen, das bringt uns nicht so viel, ja, dann wird er vielleicht die Alkoholfrucht, diese Schnapsfrucht anderweitig halt eben einsetzen. Ich hab ja auch schon, äh, gesagt, äh, ich rechne damit, dass er das Zeug in Brand setzt und er hat ja auch schon vorgeschlagen, die ganze Stadt in Brand zu setzen, höchstwahrscheinlich mit Hilfe seiner Teufelsfrucht. Ähm, Manuel hat gefragt, was ist aus den Numbers geworden von Kaido? Gute Frage. Nächste Frage. Nein, keine Ahnung, was mit denen ist. Also, ich kann mir nur eigentlich einen vorstellen. Wahrscheinlich kommt die Frage, weil die jetzt wieder im Anime Thema gewesen sind. Ähm, ich glaube, Inbi, also der Number Nummer 1, der ist tatsächlich mit Scratchman Apu mitgesegelt. Ähm, Aber ich lege jetzt mal hier nicht die Hand fürs Feuer. Das ist nur das, was ich so mehr oder weniger noch weiß. Mit den Numbers habe ich mich nicht so beschäftigt. Äh, wir haben Fuga. Fuga war ja der Number, der auch von der Smile gegessen hat. Deswegen war der ja auch ein, äh, ein Centaur, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und der war ja ein guter Kumpel von Yamato. Und der hat ja eigentlich am Ende geholfen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der, ähm, vielleicht sogar in Wano Kuni irgendwo hilft, mit Yamato abhängt. Yamato wollte sich doch Wano Kuni angucken. Vielleicht reitet sie mit ihm zusammen durch Wano Kuni. Äh, die waren ja Best Buddies. Besto Vrendo. Ähm, also kann mir gut vorstellen, dass es für den gut aussieht. Für die anderen, weil die wurden halt besiegt. Gleiche Sache wie mit, was ist mit Diaz Drake, was ist mit Basil Hawkins, was ist mit, äh, all den anderen, die wir nicht wiedergesehen haben. Äh, so. Nächste Frage von Rocky. Wenn Oda persönlich dir das One Piece verraten könnte, würdest du diese Info annehmen oder freundlichst ablehnen? Kommt drauf an, in welchem Kontext er mir das verraten würde. Würde er mir das verraten, weil ich etwas dazu machen soll? So wie, zum Beispiel, seine Editoren ja wissen sollen, was das One Piece ist und eins, zwei Verantwortliche beim Anime. Ähm, übrigens nicht die Leute, die sich dann, das, als das bezeichnen und auf Reddit irgendwelche Leak-Fan-Stories da schreiben, die nicht. Die haben gar keine Infos. Ähm, ich weiß auch nicht mal, dass Craig Werner weiß. Ich glaube auch, Craig Werner wird es auch ablehnen. In, 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 ich muss mal was sagen, vielleicht kommt das ein bisschen negativ rüber, wenn ich das sage. Ich finde es eigentlich völlig uninteressant, was das One Piece ist. Also, wie ich One Piece angefangen habe zu lesen, ja, da wäre das ein Thema. Wenn ich bei One Piece raus wäre, wo ich sage, ich habe das früher im Fernsehen gesehen, als der Anime lief und treffe jetzt auch einen krassen One Piece Fan, ähm, ja, One Piece Theoretiker oder so und dann würde ich fragen, hey, weiß man inzwischen, was das One Piece ist? Würde es mich wahrscheinlich mehr interessieren. Aber ich finde, One Piece hat so viel mehr zu bieten, so viele Dinge, die, ähm, noch geheim sind und, äh, wo nicht so wirklich hundertprozentig klar sind. Ich meine, jetzt aktuell wieder neue Sword-Unit-Mitglieder, wer könnte dabei sein? Dann haben wir das Thema mit den neuen Teufelsfrüchten, wo werden die einkategorisiert? Was ist mit dem Schlag von Garb? Wie ist hoch seine Stärke? Hey, und das ist nur das eine Kapitel. Da könnte ich mit mindestens nochmal zehn weiteren Fragen aufkommen, mit, hey, was ist mit Trafalgar Law? Wie wird der Kampf mit Blackbeet ausgehen? Das interessiert mich aktuell viel mehr als das, was vielleicht in drei, vier Jahren irgendwann mal enthüllt wird. Ja, deswegen mache ich auch nicht so wirklich viele Theorien um das One Piece. Klar, die meisten wird das interessieren, aber ich finde, der Manga hat so viel mehr zu bieten als nur das ganz große Geheimnis und da will ich mich nicht so darauf fokussieren. Das heißt, ich würde eher freundlich ablehnen. Ich will es dann auch im Kapitel sehen. Äh, wahrscheinlich werde ich es vorher schon erfahren. Ja, ähm, ich habe mich ja damals dazu entschlossen, mit Kapitel 999 aufzuhören mit den Spoilern, damit, äh, ich auch keinen für Kapitel 1000 spoilere. Äh, im Grunde, ja, es war halt utopisch. Twitter hat gebrannt, gell, und ich glaube, wenn das One Piece enthüllt wird, wird es wahrscheinlich noch früher brennen. Ich glaube, dann machst du ein einziges Spoiler-Video nur um das, was das One Piece ist. Alles andere, was in dem Kapitel passiert, wird völlig irrelevant sein, egal was passiert. Also, da könnte theoretisch, äh, Shanks enthüllen, ey, äh, übrigens Buggy ist mein leiblicher Bruder und, äh, war früher eine Frau oder so etwas oder keine Ahnung. Äh, das One Piece. Und das wird brennen auf Twitter. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, äh, oder ihr könnt euch sicher sein, deswegen ist Twitter eigentlich eine super Stelle, wenn da nicht irgendwas abgeht, so wie jetzt hier bei diesen Twitter-Fan-Fiction-Leaks, äh, äh, Reddit-Fan-Fiction-Leaks, die, die es da gab, gär, war völliger Quatsch natürlich. Auf Twitter hat da keiner was dazu geschrieben. Warum? Weil es halt nicht gestimmt hat, gär. Es ist halt nichts bestätigt gewesen. Aber wenn die Spoiler kommen, ja, da wird es dann abgehen. Und dann werde ich es sowieso erfahren. Da werden die es alle erfahren. Da ist es auch egal, was ich mache. Da ist es egal, was irgendein anderer One Piece YouTuber macht. Da kann man eigentlich nur sagen, okay, hey, guck mal, der hat es nicht gemacht. Daumen nach oben. Aber am Ende verzichtet dann der einfach nur auf, äh, jede Menge Klicks und Geld. Sind wir ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, ob ich es dann nicht doch in ein Spoiler-Video machen würde. Das würde wahrscheinlich dann auch einfach heißen, das One Piece ist Punkt, 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 Punkt. Und dann steht einfach nur One Piece auf dem Thumbnail. Und dann kann sich jeder entscheiden, ob er das selber gespoilert werden möchte. Aber ja, ich persönlich habe nicht so ein großes Interesse. Deswegen kann ich da eigentlich freundlich ablehnen. Ich bin gespannt, wenn wir dann an dem Punkt sind. Dann ist auch für mich das One Piece realer, sage ich mal so, weil wir halt knapp davor sind. Und mich würde mehr halt diese ganze, äh, äh, hier wahre Geschichte interessieren. Also ich bin dann eher so der, der Nico-Robin-Typ, ja, diese Rio-Pornoglief-Sache finde ich viel interessanter. Auf welcher Insel in der One Piece-Welt würdest du als Bürger leben wollen und welche Rolle würdest du dort annehmen? Zum Beispiel Handwerker, Leibwächter, Marine oder Koch? Hm. Weiß nicht, also, irgendeine coole, witzige Insel. Hm. Amazon-Lily fällt aus. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Ähm. Weiß nicht, ähm, Saba-Odi ist eigentlich ziemlich cool, aber scheint mir auch sehr gefährlich zu sein. Alabaster wäre mir zu warm, zu heiß. Water 7, hast du einmal diese Flutwelle im Jahr, auch schwierig, wobei, ich glaube, das hat Eisberg gelöst, das Problem. Water 7 eigentlich ganz cool. Ähm, und dann vielleicht, ja, wenn man schon Water 7 ist, Schiffsbauer, oder? Das, das wäre doch ganz cool. Oder ich würde halt dann eigentlich dann eher so mein, wenn es ein Handwerksberuf ist, dann Bäcker machen, weil ich meine, das habe ich ja auch gelernt, äh, das würde halt Sinn ergeben. Ich glaube, Dressrosa wäre mir auch zu warm. Dressrosa hat ja dieses italienische, spanische Setting, ähm, da wird es wahrscheinlich sehr warm sein, sehr sonnig. Ich, ich vertrage die Hitze nicht so sehr. Eher so etwas, was gemäßigt ist, äh, an der Stelle, gell? Auch keine Winterinsel, vielleicht so eine Frühlingsinsel oder so. Frühlingsinsel, ich mag den Frühling. Ähm, das dann halt schon eher, vielleicht auch in einem der Blues, da ist ja dann am wenigsten los, ja, die wenigste Wahrscheinlichkeit, irgendwelchen gefährlichen Piraten zu begegnen. Aber ja, äh, Angeln wäre auch cool, oder? Angeln ist der Job hier. Johnny und Yusaku, äh, falls ihr nicht mehr auf dem Schirm habt, was aus denen geworden ist, die leben jetzt mit Noshiko im Dorf von Nami, und sind Angler geworden, Fischer. Das war doch ganz cool. War sowas in der Art, gell? Ist halt auch so ein, so ein Hirngespinst, gell? So, äh, Flintstone hat gefragt, äh, äh, Täusche ich mich, oder kümmern sich die Blackbeard-Piraten ein wenig um die Bewohner der Insel? Kümmern sich die Bewohner ein wenig um die Insel? Wahrscheinlich sollte kein wenig um die Insel. Kurz vor gab es Angriff, gibt Shiro den Befehl zur Evakuierung. Das zeigt doch von einem wenig Mitgefühl, was ich persönlich den Blackbeard-Piraten nicht zugetraut hätte. Muss ich mal gucken, im Kapitel habe ich das verpasst. Hat er das getan? Oder hat er einfach nur gesagt, weg dort, weil er weiß, dass da jetzt ein Angriff kommt? Warte mal, da kommt der Angriff, äh, Shiro. Ich glaube nicht, dass das Shiro sagt. Ich glaube, das sind, äh, alle drei, äh, Sprechblasen, die an dieser Stelle sind, sind, äh, einfach nur Rumgebrülle von den Leuten auf dem Platz. Man sieht einfach nur die Reaktion von, äh, Shiro. Was Shiro hier wirklich sagt, ist, äh, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da sehen wir auch einen, äh, Strich, der direkt, äh, auf seinen Charakter zeigt. Das andere ist ja eher so, äh, wow, wow, ja, da passiert jetzt gerade was, gell, aber, keine Ahnung, ob er da sagt, jo, äh, rennt wohl mein Leben, ja, runter von der Insel. Ich glaube, das sagen eher die Leute da unten. Weil, weil, ja, aber ja, ansonsten, ist halt irgendwo denen auch, ihre Armee, gell, sind ja auch irgendwo dann interessiert, dass die da nicht, äh, komplett dann über den, über den Jordan gehen, äh, kann mir vorstellen, dass es dann in, in die Richtung da geht. So, äh, ja, Fragezeichen, Ausrufezeichen, als Zitat. Punkt, 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 Ausrufezeichen, Fragezeichen war die direkte Sprechblase bei, ähm, Schirio in dem Kapitel. Dann, eine Frage von Quantilla, ähm, vielleicht wollte Gab deswegen auch nie Admiral werden, weil er sich so wieder hätte an Regeln halten und aus der Sword austreten müssen, und hat man nicht auch mal überlegt, ob Fujitora vielleicht auch zur Sword gehört, der dürfte dann nicht dabei sein, weil er sich an die Regeln halten musste. Ähm, ähm, Gab wurde nicht deshalb zum Admiral, weil er es abgelehnt hat. Eigentlich wollte, ähm, Kong ihn, äh, befördern, in Kapitel 0. Ähm, könnt ihr gerne mal lesen, Kapitel 0. Er ist, glaube ich, im Databook Blue, oder Deep Blue, in einem der Databooks ist es auf jeden Fall drin, ähm, und, ähm, er wollte halt nicht, weil er dann als, äh, Schoßhund der Weltregierung geendet wäre. Also die Weltregierung hat deutlich mehr Einfluss auf die Führungsspitze der Marine als alles darunter. Deswegen ist, ist er nicht, äh, irgendwas geworden. Ob man als Sword-Unit trotzdem da noch, äh, Admiral werden wird, halte ich mal für offen. Vielleicht ist es möglich, vielleicht ist es auch nicht möglich, äh, Fujitora wird nicht bei, zur Sword gehören, weil Fujitora muss sich an die Befehle halten. Ja, der hat ja auch den Befehl bekommen, äh, er, er tut's halt nicht. Das ist ein Punkt. Er tut's halt nicht, aber der ist ja erstmal der Marine beigetreten, also, ja, also er passt natürlich zur Sword. Das sage ich schon mal her, also vom Charakter her. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er bei Sword ist, aber, da er ja immer Befehle erhalten hat und diese auch befolgt, im Grunde, außer halt die Sache, dass er nach Ruffy und Law jagen soll und vorher sich nicht mehr blicken lassen soll, äh, hat er ja eigentlich auch die Befehle alle befolgt. Ähm, ist ja auch nicht so, dass er die Befehle ignorieren kann und es würde nichts passieren. Das haben wir auf der, äh, Riverie gesehen, als er sich mit, äh, Ryokyu unterhalten hat und Ryokyu hat ja gesagt, hey, ich hab vom Akainu den Befehl bekommen, ich soll dir eigentlich hier in den Hintern treten, weil du hier auf, äh, Mary Joa bist und hier solltest du eigentlich nicht sein und dann hat Fujitora ja so etwas gesagt, also jetzt hier nicht, ähm, wortlautmäßig, aber guckt gerne mal ins Kapitel. Fujitora hat gesagt, ja, okay, willst du jetzt gegen mich kämpfen und so und dann sagt er, nö, ich hab gar keine Lust gegen dich zu kämpfen, ich mach mir hier, äh, einen chilligen Tag und sowas. Also, er würde ja bestraft werden, wenn er die Befehle nicht befolgt. Ich glaube, bei den Sword-Units, äh, schaut man da ein bisschen drüber weg. Äh, nächste Frage von, äh, Ruffy, er hat gefragt, meinst du, die Bläschen, auf denen Vasco Schott drauf sitzt, werden von Sanjuan Wolf produziert, weil er ja schläft? Ja, wie gesagt, ich hab das ja auch in der Ersteindruck-Review gesagt, dass das gut möglich sein könnte, aber Sanjuan Wolf hat ja nicht diese Kraft und erzeugt er so viele Bläschen, damit die Leute da drauf sitzen und warum sollte man sich auf, auf den Jelly setzen? Ich meine, es wäre ja dann eine Rotzglocke, Leute, ja, also, da setzt man sich, das ist doch ekelhaft, da sich draufzusetzen. Macht ja irgendwo mehr Sinn, wenn er diese aus Alkohol gemacht hätte, diese Bläschen. Deswegen, ja, man kann davon ausgehen, es könnte von Sanjuan Wolf sein, ich gehe aber eher davon aus, es ist die Teufelsfrucht von Vasco Schott, auch alleine aus dem Grund, weil wir sonst von dieser Teufelsfrucht gar nichts gesehen hätten in diesem Kapitel. Und klar, wir haben auch nichts von Shiryu gesehen, von der Teufelsfrucht, aber wir kannten ja diese Teufelsfrucht schon und von Sanjuan Wolf haben wir auch nichts gesehen, aber die kannten wir theoretisch auch schon, nur den Namen halt nicht und was sie genau ist. Mörtel hat gefragt, wenn Blackbeard als König von Hashinosu nach Mary Joa zur Reverie darf, können wir dann annehmen, dass wir die nächsten vier Jahre in One Piece miterleben oder darf man als König auch so zu Besuch vorbeischauen? Ich weiß nicht, ob man da auch so vorbeischauen kann als König, gehe eher weniger davon aus, weil auch Nefertari Cobra ja gewartet hat bis zur Reverie, weil er wollte ja mit den Gorosei sprechen, ist nicht so gut ausgegangen, ist gestorben. Ich glaube nicht, dass die Story dann uns noch durch die nächsten vier Jahre prügeln wird. Aber das erinnert ja nichts daran, dass das Blackbeards Plan sein kann. Das heißt eigentlich nur, dass Blackbeard nicht jetzt vorhat, in nächster Zeit seinen Plan schon in der nächsten Woche umzusetzen, sondern der Plan halt dafür angelegt ist, wenn die nächste Reverie ist, da vielleicht rein zu platzen. Aber vielleicht auch, wie du geschrieben hast, kann er sich auch dadurch erlauben, dann auch mal so nach Mary Joa zu kommen. Jedenfalls glaube ich, dass diese ganze Sache König von Hashinosu nur ein Mittel zum Zweck ist, genauso wie damals, den Samurai der Meere beizutreten. Knights of Tonight Night hat gefragt, wie wird verhindert, dass das Schiff von Garb auf den Boden schlägt, nachdem es in die Luft geschleudert wurde? Fängt Garb es auf, setzt Gurus Golems ein, die das Schiff fangen, zeigt uns Helmepo, was er drauf hat und stoppt das Schiff vor seinem Aufprall. Was würde dir am besten gefallen? Kunjaku mit ihrer Peitsche, die das Schiff dann peitscht. Wieder zurück ins Meer! Weiß ich nicht, keine Ahnung, also ich glaube, soweit haben die gar nicht nachgedacht. Vielleicht geht das auch einfach kaputt, das Schiff, vielleicht liegt das dann auch einfach rum, weil es halt auch jetzt nicht unbedingt ein Floß ist, das bei der ersten Welle zerbricht. Es ist ja ein Kriegsschiff der Marine, wird schon ein bisschen was aushalten. Also es ist ja auch nicht irgendein Kriegsschiff der Marine, es ist das Schiff von Garb. Also das persönliche Kriegsschiff von Garb. Mal gucken, irgendwie wird es passieren, vielleicht fängt Garb wirklich auf oder er boxt wieder zurück ins Meer. Vielleicht hat noch irgendeine andere Teufelsfrucht, die wir noch nicht gesehen haben. Ja, oder halt groß, erzeugt Lehm und es landet dann weich. Also da gibt es, denke ich mal, mehrere Möglichkeiten. Vielleicht wird es ja auch von den Blackbeard-Piraten aufgefangen. Ja, in gewisser Weise. Ja, in so eine Blase eingeschlossen von der Schnapsfrucht, von Vasco Schott eventuell oder San Juan Wolf fängt es auf oder Shiro zerschneidet es in zwei Hälften, Mihawk-Style. Also ich denke, da kann man bestimmt ein paar Sachen machen. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Das kann natürlich auch sein. Weiß man, ob Helmepo beim Rockyport-Vorfall mit dabei war? Bisher war er so gut wie überall dabei, wo Kobe war. Zum Beispiel bei der Begleitung das Lulusias-Schiff zur Rivarie, bei Amazon Lilly, um Hancock festzunehmen und so weiter. Ich gehe stark davon aus, dass Helmepo auch beim Rockyport-Vorfall dabei war, weil das halt ein Team ist. Das ist so wie Smoker und Tashigi. Die waren eigentlich auch bisher immer zusammen unterwegs, bis jetzt hier auf Hashinosu. Da ist ja Smoker nicht zu sehen. Ich frage mich, wo Smoker ist, ganz ehrlich. Vielleicht ist er doch schwerer verletzt worden von Doflamingo, als wir alle dachten. Vielleicht kommt er irgendwann zurück, halber Cyborg oder so. Mal gucken, ich weiß. Aber Smoker, gerade sehr, sehr interessanter Charakter. Inkognito hat gefragt, da wir nun besser über die Sword-Einheit Bescheid wissen, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Aokishi wirklich Teil dieser Einheit ist? Würde ja nach dem Kampf mit Akainu passen. Würde Aokishi Teach verraten, beziehungsweise seine Bande verlassen? Würde das Matchup der Strohhüte zahlenmäßig mit den Blackbeard-Piraten auch wieder passen und jeder könnte ein Eins gegen Eins bekommen. Ja, außer Yamato kommt wieder zurück oder der zehnte Titanic-Captain existiert wirklich noch und so weiter und so fort. Der zehnte Titanic-Captain könnte ja auch für Richtung Egghead unterwegs sein. Würde das dann passen? Ich rechne gerade mal nach. Wir hatten jetzt vier Blackbeard-Piraten auf Hashinoso, oder? Richtig, oder? Vasco Schott, San Juan Wolfs, Chirio und Avalo Pizarro. Auf Winner Island sind auch vier, glaube ich, oder? Es sind Blackbeard, Doc Q, Van Ogre, Jesus Burgess. Stronger zähle ich mal nicht so mit. Stronger ist so ein Anhängsel von Doc Q eigentlich. Ja, zählen wir nicht als vollwertigen. Ist ja auch kein Titanic-Captain. Ist ja auf dem Schiff von Doc Q. Dann wären da auch vier. Und wenn wir jetzt rechnen, wer ist jetzt auf Egghead? Lafitte, Cousin, Katharina Devon. Vielleicht auch ein Vierter. Ist das ein Foreshadowing? Kommt dann der zehnte Titanic-Captain. Und Stronger und Cousin sind dann die Ads. Also elf und zwölf. Und dadurch entsteht vier, vier, vier. Habe ich jetzt richtig gerechnet oder habe ich falsch gerechnet? Schreibt es mir in den Chat, schreibt es mir in die Kommentare. Aber nur als Überlegung. Passt das dann wieder zusammen? Müsst doch dann eigentlich 13 sein, oder? Wenn ich Stronger da nicht mitzähle und dann wären es da fünf, vier, fünf, vier, drei. Ja, aber Stronger fällt ja weg. Aber wie kommen wir trotzdem? Moment. Vier dort, vier dort. Ja, ja, Blackbeard. Stimmt, ich habe Blackbeard mitgezählt. Ja, genau. Blackbeard ist dann Nummer 13. Blackbeard ist ja... Ja, okay. Dann stimmt es wieder. Dann stimmt es. Ich habe gerade Blackbeard nicht mit drauf gehabt. Ich war jetzt bei zehn Titanic-Captains, aber plus Stronger und Cusan wären es nur zwölf, aber Blackbeard ist ja auch kein Titanic-Captain, ist ja der Commodore. Also ja, dann macht schon so Sinn, wie ich es gemeint habe. Stronger zählt halt nicht als vollwertiges Mitglied, sondern so als Anhängsel von Stronger. Wahrscheinlich so wie Monster zu Bong Punch. Heißt der so? Bong Punch? Rothaar-Mitglied. Gehen wir mal einen Schritt weiter zur nächsten Frage, bevor ich mich mathematisch hier noch mehr blamiere. Ich glaube, ich habe es nicht getan, aber okay. Paul Pepp hat ein paar Fragen gestellt. In einem deiner letzten Videos hast du gesagt, dass DS Drake nicht der Anführer, sondern ein Mitglied von Sword ist. Höchstwahrscheinlich in dem Q&A, das war eine Frage. Allerdings wird DS Drake in Kapitel 956 als Captain of Sword vorgestellt. Kobe wird im gleichen Mitglied lediglich als Member of Sword vorgestellt. DS Drake ist also mehr als nur ein normales Mitglied. Was sagst du dazu? DS Drake ist höchstwahrscheinlich mehr als ein normales Mitglied bei der Sword-Unit. Aber ich glaube, die Frage damals im letzten Q&A war, ist DS Drake der Anführer der Sword-Unit, was ich weiterhin bezweifle. Also wenn überhaupt einer aktuell in Frage kommt und der wurde nicht irgendwie speziell vorgestellt, wäre es Prinz Kroos. Weil ja auch Helmeppo und Hibari, Sword-Unit-Mitglieder, zu Prinz Kroos gegangen sind und den da angefleht haben, hey, wir müssen Kobe retten, hier unbedingt, lass uns zu Vegapunk, wir leihen uns ein Seraphine aus und so weiter und so fort und der hat das ja entschieden. Aber ich glaube auch nicht, dass Prinz Kroos der Anführer ist, sondern einer, der noch höher ist, vielleicht Monkey D. Garp. Weil der kam ja dann und hat gesagt, yo, Selmeppo, auf geht's, wir gehen jetzt nach Hashinosu und dann ist ja Prinz Kroos auch mitgekommen. Also gab ja wahrscheinlich mehr zu sagen. Vielleicht ist das auch innerhalb der ganzen Geschichte nach den Rängen wieder der Marine zugeordnet. Auf der anderen Seite war D.S. Drake Konter-Admiral und kein Käpt'n, also er war eigentlich rangtechnisch höher als Kobe. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage auf dem Schiff von Garp. Sieht man neben Tashigi und Selmeppo noch viele weitere Leute? Gehst du davon aus, dass das alles Sword-Mitglieder sind oder ist das die normale Besatzung von Garp's Schiff? Gucken wir mal, wir hatten sie ja gerade eben. Wo haben wir sie dann? Äh, da sind sie. Äh, ne, da sehen wir gar keine Leute mehr auf dem Schiff, oder? Wo siehst du da Leute auf dem Schiff? Also ich sehe hier Bild von Tashigi, Bild von Helmeppo, Bild von Garp, Schiff. Dann Schiff, okay, da sehen wir ganz viele Punkte, die da drauf sind. Ja, möglich, dass das Garp's Besatzung ist. Ich meine, es ist ja auch sein Schiff und wir haben das ja auch gesehen, als er damals Käpt'n morgens geholt hat, nicht Big News morgens, Käpt'n morgens, den Vater von Helmeppo. Da haben wir das Schiff ja auch schon mal gesehen. Vielleicht sind die Sorte und Mitglieder, vielleicht müssen die einfach mitkommen, weil Garp das so will. Einfach. Weil die haben ja auch einen gewissen Rang in der Marine. Ähm, ist aber auch schwierig zu erkennen, da zu gucken, dass wer da alles auf dem Deck ist. So, äh, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, falls bald Aokishi in der Gegenwart auftaucht, hm, würde er es sich anbieten, ihn als zehnten Titanic-Captain von Blackbeard vorzustellen, falls er es ist. Und falls er es nicht ist, als zehntter Kapitän vorgestellt wird, heißt das für dich dann, dass es definitiv jemand anders sein muss oder wie siehst du das? Hoffe, du verstehst, was ich meine. Wir haben ja eben schon über den zehnten Titanic-Captain gesprochen. Von der Faktenlage kann Kusan eigentlich nicht der zehnte Titanic-Captain sein. Warum? Jesus Burgess wird ja vorgestellt als einer der zehn Titanic-Captains. Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht bekannt, dass Kusan Mitglied bei Blackbeard ist. Das kommt erst später raus. Das heißt, er hat sich erst später angeschlossen. Zuvor war er ja auch so Solo noch unterwegs, hatte auch noch so seine ganz normale neue Welt-Uniform. Er hat ja jetzt mittlerweile ein kleines Fashion-Update bekommen, haben wir jetzt im letzten Kapitel genau gesehen und da auf der Cover-Story auch schon. Aber zum Zeitpunkt, als Jesus Burgess vorgestellt wurde, muss es ja schon zehn Titanic-Captains gegeben haben. Versteht ihr? Weil sonst wären sie ja nicht die zehn Titanic-Captains gewesen, sondern die neun Titanic-Captains. Klingt ein bisschen blöder, weil TT klingt besser als NT, aber ich schließe natürlich auch nicht aus, dass das ist. Er wurde aber auch so noch nie vorgestellt. Nicht mal, wo er direkt wieder der letzte vorgestellt wurde in der Cover-Page. Da wurde ja nur bestätigt, dass er Teil der Blackbeard-Piraten ist. Also, wenn wir von den Fakten ausgehen, müsste er im besten Falle der elfte eleventh Titanic-Captain sein. Aber der zehnte dürfte er eigentlich nicht sein, aber am Ende müssen wir auch davon ausgehen, dass er sein könnte. Aber ja, wie gesagt, mir gefällt gerade der Gedanke, dass Blackbeard die Leute 4-4-4 aufgeteilt hat, Stronger nicht mitgezählt und dann passt das, dass wahrscheinlich Cousin, Lafitte, Katharina DeVore und noch der zehnte Titanic-Captain unterwegs sind nach Eckert Island und das wird dann die große Überraschung. Oder die holen den ab, weil der die ganze Zeit schon da ist und das wird die große Überraschung. Wird auf jeden Fall ein cooler Twist. Geht es nur mir so oder wirkt Vasco Schott in diesem Kapitel bedrohlicher als sonst? Was für einen Eindruck hast du? Ja, der wirkt bedrohlicher in dem Kapitel als sonst, aber sonst sieht er auch halt aus wie die letzte Schnapsnase. Er sieht auch in dem Kapitel aus wie eine Schnapsnase, aber da macht er mal ernst. Gerade so, wo er auf diese Attacke von Garp reagiert, sieht er schon sehr gefährlich aus. Ist halt so ein Thema, ist halt Vasco Schott immer so ein bisschen, oh mein Gott, was gab es da für Teufelsfrucht Theorien, was sollte er gewesen sein, ich weiß gar nicht was das ist, so ein Schlammfisch, so ein Qualle-Fisch-Mix, ich weiß nicht, was das für ein Ding war, das sah aber wirklich aus wie Vasco Schott, das Teil, sieht wirklich aus wie so ein ganz komisches Gesicht, er ist halt ein super Design von Oder, mehr kann man das nicht sagen. Ich denke schon, wenn man den im ernsthaften Kampf hat, sieht er natürlich auch ein bisschen krasser aus. Ist halt wie Ruffy, Ruffy in Gear 5, alle beschweren sich, aber der hat auch ein paar coole Gesichtsausdrücke im Kampf gegen Kaido. Denkst du, Moria wird aktiv von jemandem befreit? Ja, Perona. Oder könnte auch der Zufall helfen, zum Beispiel, wenn seine Zelle durch die ganzen Erschütterungen auf der Insel zerstört wird? Und welcher Gefangene ist deiner Meinung nach wichtiger für Blackbeard, Kobe oder Moria? Also erstens mal, Perona will ja Moria befreien. Dass Kobe befreit wurde, ist ja nur Mittel zum Zweck für sie. Und sie sagt ja, dass Moria weiter hinten drin ist, also tiefer im Gefängnis, wird also wahrscheinlich wichtiger sein als Kobe. Oder wir haben die ganze Aussage ein bisschen falsch verstanden, aber dann, ja, keine Ahnung, warum Moria da krasser behandelt wird. Vielleicht ist das ein spezielles Seesteingefängnis. Und dann ist Moria halt komplett ausgeschaltet. Und dann kann er auch aktiv wahrscheinlich nichts anderes machen, weil selbst wenn da eine Zellenwand zerstört wird, wenn du weiterhin Seestein-Handschellen da halt liegst, hast du halt Pech gehabt. Kannst auch nicht rausmarschieren so einfach. Ja gut, vielleicht schon, aber trotzdem halt nicht so einfach. Aber wir wissen ja, dass Perona da ist. Wir freuen uns auf Perona. Im vorletzten Panel von Blackbeard sagt er zum Thema Sword sinngemäß folgendes. Ah, ich verstehe, das erklärt, warum diese Typen direkt auf uns losgegangen sind, ohne auf eine Erlaubnis des Hauptquartiers zu warten. Redet er da von einem Vorfall, den wir bereits gezeigt bekommen haben, zum Beispiel vom Vorfall auf Amazon Lily, wo der S. Hawk Blackbeard angegriffen hat, was denkst du, wovon er redet? Könnte Rocky Port Vorfall sein, könnte Amazon Lily sein, das macht natürlich Sinn, weil Blackbeard war ja eine, so wie Ruffy jetzt auf Eckert Island, nicht gerechnet auf Amazon Lily, das heißt, sie hätten sich erst Befehle holen müssen, ob sie gegen einen Kaiser kämpfen. Dadurch hat eigentlich Oda dieses Bloodhold, was da eigentlich entstanden ist, wieder revidiert. Erinnert ihr euch noch zurück, was mit Ryokyu war, oder halt auch mit der CP Zero auf Eckert Island, was sie gesagt bekommen haben, greift nicht Ruffy an, der ist ein Kaiser, wir wollen hier keinen Krieg ausbrechen lassen. Aber die Sword Unit ist das egal, die warten nicht auf Befehle von oben, die greifen einfach an. Und ja, so ist das natürlich dann perfekt zu verstehen und so macht das natürlich dann am Ende auch alles Sinn. SuperLuka hat gefragt, gab, setzt hier ja das infusierte Königshaki ein, oder wie man das nennt, ist richtig, infusiertes Königshaki, und das war ja schon eine krasse Aura, die da alles zerstört hat. Das haben wir ja weder bei Kaido noch bei Ruffy gesehen. Denkst du, das könnte Ruffy aktuell auch, oder demonstriert das einfach, wie krass Garp mit dem Haki, Königshaki umgehen kann? Zur Verteidigung von sowohl Garp als auch von Kaido und Ruffy, sie mussten auch nicht gegen eine große Masse kämpfen. Und die hatten andere krasse Attacken, also das, ich glaube hier an dem Punkt ist die Attacke natürlich auch dem Grund zugewiesen, wie diese Charaktere kämpfen. Kaido hat zum Beispiel alle Schwertscheiden besiegt mit diesem Tempest Tornado irgendwie so hier mit den Windschnitten, wo auch der Arm von Kiko Nojo abgeschnitten wurde. Damit er die halt alle komplett besiegt, hat gereicht, er brauchte diese Explosion nicht. Ruffy kämpft halt mit Gear 5, mit der Gummifrucht und direkt gegen einen Gegner. Also ich glaube die haben da nicht so die Möglichkeiten dafür. Garb hat geflext, kann man auch so sagen an der Stelle. Er hat definitiv hier geflext, aber ich meine, das ist halt seine Kampfart. Ich meine, der wird ja auch Garb die Faust genannt, jetzt wissen wir warum. Kipp die Kante hat gefragt, spürt Pizarro den Schlag von Garb, immerhin kitzelt es ihn auch der Seite, wo die Gefängnis ist, wenn da wer ausbricht. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er den Schlag gefühlt hat, ich gehe aber auch davon aus, dass alle anderen den Schlag gefühlt haben, weil es halt einfach ein krasser Schlag ist, der die halbe Insel da zerstört. Also da muss man nicht speziell Pizarro sein, um da irgendwas zu spüren, aber ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da zurückgezogen hat und seinen Warenkörper woanders da geparkt hat, damit er halt dann nicht von dieser Attacke erwischt wird. Wäre ja auch mit der Insel dazu. Was wäre das eigentlich für eine sehr schwache Teufelsbruch, wenn du überall auf diese Insel einfach draufhauen müsstest? Könnte ja einer die ganze Zeit nur auf die Insel hauen und Avalo Pizarro besiegen, der könnte gar nicht mehr ausweichen. Wäre irgendwie ein bisschen schwach. Der Chaot hat gefragt, warum haben wir die Sword-Mitglieder nicht in der Schlacht um Marine fortgesehen? Die scheinen ja ziemlich stark zu sein, hatten sie eventuell eine gewisse Sympathie für Whitebeard und waren gegen den Krieg oder gab es Sword-Einheit bis dahin noch nicht? Vielleicht waren die damals noch nicht bei der Sword-Unit, vielleicht hat man sie auch einfach nicht gezeigt, weil man die Orte nicht gesehen hat, wo die gekämpft haben. Es sind sehr viele Marine-Soldaten, die man da nicht gesehen haben, allgemein noch nie in One Piece, obwohl sie existieren. Ich sag da mal Itzga. Kennt ihr Itzga? Die existiert tatsächlich in One Piece. Das ist eine Marine-Soldatin mit roten Haaren, die hinter Podcast die Ace hinterher war. Bis zum Sabahodi Archipelago zumindest. Die werdet ihr übrigens nicht im Manga sehen, glaube ich. Im Manga taucht sie glaube ich nicht auf. In der Light Novel, auf denen der Manga basiert, taucht sie allerdings auf. Es gibt auch Bilder von ihr, die ist nicht auf Marineford aufgetaucht, obwohl sie eine sehr, sehr enge Beziehung zu Ace hat. Wir reden vielleicht auch hier von einem gewissen Shipping. sie ist da nicht aufgetaucht. Ansonsten haben wir sehr viele Sword-Unit Mitglieder vermeintlich ja da gesehen. Vermeintlich, weil wir nicht sicher sind, ob sie wirklich Sword-Unit sind. Garb, Sengok, Kobe, na gut, später dann erst, Helmeppo, später erst. Und die anderen waren vielleicht damals noch gar nicht in der Marine. Das kann auch natürlich ein guter Grund sein. Oder die hat man einfach nicht gesehen. Marineford war halt so groß, aber da hast du halt die wichtigen Charaktere, Soldaten vorgestellt hättest, wäre der riesig geworden, der Ark. Das wird der Grund sein. Aber derselbe Grund, warum Haki damals noch nicht visualisiert wurde, so richtig, ist dasselbe Thema. Ist es sicher, dass die Blackbeard-Piraten sich in drei Teile aufteilt haben? Vielleicht hat ja Blackbeard ja Lore schon besiegt und ist auf dem Schiff nach Eckhet. Was meinst du dazu? Ich glaube, dass Winner Isle, also, ich habe das ja im Video schon mal erklärt. Schau da mal gerne in das Video das Schiff nach Eckhet Island. Da habe ich im Grunde eigentlich fast dasselbe gesagt und da war noch nicht mal sicher, wer da auf der Insel von Blackbeard ist, aber Cousin, Lafitte, die waren ganz oben in meiner Reihe. Ich habe auch San Juan Wolf gesagt, weil er war 13 Jahre nicht zu sehen, aber jetzt haben wir ihn ja gesehen. Lafitte ist jetzt der, den wir am längst nicht gesehen haben. Acht Jahre warten wir auf Lafitte. Schau dir das Kapitel, ich glaube es ist 1056 an. 1056 ich glaube da entscheiden Ruffy, Kidd und Lore, wo sie hinfahren. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Stellt euch vor, hier unten von der Kamera ist der Carmbelt und oben ist der Carmbelt. Hier ist Winner Island, hier ist Eckhet Island. Du musst also einmal komplett quer über die Grand Line segeln, um da hinzukommen und so schnell kann er da nicht hingekommen sein. Weil dazwischen, zwischen diesen beiden Inseln ist auch noch Elbaf. Ja, also das ist schon eine gewisse Reise, die du da angehen musst, das heißt eigentlich kann es Blackbeard nicht sein, so schnell kann er da nicht hingekommen sein. Wir wissen allerdings natürlich nicht, wo die Pirateninsel ist, denn in gewisser Weise ist ja Garb von der G14 Basis, die ja in der Nähe von Eckert Island ist, zur Pirateninsel gekommen. Also ist zumindest die Pirateninsel in der Nähe von Eckert Island, zumindest erreichbarer Nähe. Aber Winner Island ist halt nochmal eine ganz andere Richtung. Alleine vom Geografischen her sollte das nicht möglich sein, dass es sich dabei um Blackbeard handelt. Aber auszuschließen ist es natürlich hundertprozentig nicht. Genauso wenig wie dass da Lord drauf sein könnte, der mit dem Blackbeard Schiff geflohen ist. Ich schließe das halt einfach nur aus zeitlichen Gründen aus und auf Gründen der Entfernung. Und natürlich dann der Frage, warum sollte Blackbeard als nächstes nach Eckert Island segeln. Es sei natürlich, er wird da was vor, aber ja, dann hätte er neue Informationen was würde ihm Ruffy dann noch bringen. Schwierig. Oder er weiß ja doch eigentlich, wenn er Lord erpresst, dürfte er herausfinden, wer nach Eckert Island gesegelt ist. Aber wäre es dann eher, man muss mal gucken. Also es macht ja mehr Sinn, wenn man den Kampf gewonnen hat und dann erst mal wieder zurück zur Pirateninsel segelt. Als gleich dann zum nächsten Ort. Und außerdem stellt sich dann trotzdem immer wieder die Frage, wo ist Cousin, wo ist Lafitte, wo ist Katharina Devon, wo dreiben die sich gerade rum. Schwierig. Muss ja auch irgendwo erklären. Acht Jahre Lafitte. Ich will den jetzt wieder sehen. Ich will die Teufelsfrucht von ihm vorgestellt bekommen. Wir kennen alle Teufelsfrüchte der Rota-Piraten-Bande. Nämlich gar keine. Francesco hat gefragt, es gibt keine Möglichkeit, dass Lord zu Blackbeard wechselt. Es geht ja darum, wer gewinnt, kriegt alles und vielleicht sagt Blackbeard zum Schluss kommt zu meiner Crew oder stirbt. Zusätzlich sucht Lord nach dem Geheimnis der Die etc. und das kann Blackbeard ihm bieten, wenn er sich seiner Crew anschließt. Die Möglichkeit hat bisher keiner in Betracht gezogen und ich verstehe nicht warum. Stell dir doch selber mal die Frage, du handelst wie Trafalgar Lord, warum solltest du durch Blackbeard anschließen? Da muss es ja erstmal einen Grund geben. Ein Grund wäre, er nimmt die Hartpiraten als Geisel. Hat bei Moria jetzt auch nicht unbedingt funktioniert, dass er sich dann Blackbeard angeschlossen hat. Ich sehe jetzt Trafalgar Lord nicht bei Blackbeard, aber wir gehen mal weiter. Man darf nicht vergessen, was Lord zu Ruffy gesagt hat, wenn wir uns wiedersehen, sind wir Feinde und dass Lord zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, nicht wusste, dass er gegen Blackbeard verliert und sich dem anschließen muss. Das ist wieder so ein Thema. Ich finde aber das sehr interessant. Vielleicht kommt es ja auch vom selben Fragesteller, von Francesco hat ja dann diesen Satz auch nochmal gebracht. So Lord hat gesagt zu Ruffy, wenn wir uns sehen, sind wir Feinde. Ja, so im Grunde wie jeder andere Supernova das zu Vergesst nicht, wir sind Feinde, übrigens, wir sind keine Freunde, wir sind Feinde, ist halt so ein Thema, da wird so vollkommen drauf gepocht auf diesen Satz. Darauf wollte ich hinaus, dieser Satz wird gepocht da drauf. Oh mein Gott, der ist in Stein gemeißelt, das muss passieren, dass Ruffy und Lord beim nächsten Mal Feinde sind. Und dann bekommen wir Informationen, die genauso sind, so, hey, die Kit-Piratenbande und Just Captain Kit wurden komplett zerstört, der könnte ja noch leben und sich dann nochmal hier zurückmelden, der kommt auch mal zurück. Das ist dann nicht in Stein gemeißelt. Ruffy hat gesagt, sie müssen zehn Mitglieder mindestens rekrutiert sein, er hat erst neun rekrutiert, es muss noch eine dazukommen. Das ist dann wieder in Stein gemeißelt, dann eine andere Aussage, wieder schwierig, man legt sich auch zurecht, wie man das möchte, das Ganze. Aber um meine persönliche Meinung dazu abzutreten, nein, genauso wie bei Trafalgar Law, es sei denn, es gibt einen sehr, sehr guten Grund, nicht Blackbeard anschließen wird. Er ist einfach nicht der Charakter dafür und kann wahrscheinlich auch nicht mit Blackbeard in gewisser Weise sympathisieren. Hätte er wirklich Interesse am D gehabt, hätte er sich eigentlich mal der Strohhutband anschließen können, aber vielleicht passiert das ja noch. Ich könnte das eigentlich mal machen, das Video. Ich bin am überlegen, ein Format zu machen, was ich wilde Theorien nenne, wo ich ein bisschen über den Tellerrand springe, bei Theorien, aber dazu vielleicht später in dieser Woche. Philos hat gefragt, Gedankenspiel von mir, ist das Blackbeard als ultimativen Vertrauensbeweis von Kusan fordert, Gab zu finishen, sofern Blackbeard auftaucht. Ich denke aber, dass Oda dieses Zusammentreffen dafür nutzen wird, um mehr Informationen zu den potenziellen Blackbeard Sebek Connection zu geben oder allgemein zum God Ready Vorfall, was denkst du dazu? Dass aktuell weder Blackbeard noch Kusan auf der Pirateninsel sind, wo gerade Gab ist. Also, ob da gerade ein Treffen stattfindet, eher unwahrscheinlich. Also, und dann müssten ja auch erst mal die Blackbeard Piraten Gab besiegen. Okay, ich gehe mal das Gedankenspiel, was ich auch eben über Trafalgar Law gesagt habe, mit durch. Gehen wir davon aus, Law wurde besiegt, wurde gefangen genommen, vielleicht getötet, wäre ein bisschen krasser Move, aber okay, Bereich des Möglichen. Und er fährt jetzt erst mal zurück zur Pirateninsel, um Gefangene wieder abzuliefern. Was soll er damit? Er hat ja auch noch Pudding irgendwo mit unterwegs. Dann würde es ja auch nicht mal auszuschließen sein, dass auch Kusan noch mit dabei ist, der aber sich nicht gezeigt hat, sondern die ganze Zeit nur auf dem Schiff war, weil er ja zusammen mit Van Oga auf einem Schiff zusammen war, wo sie Pudding entführt hatten. Wäre eine Möglichkeit. Und dann kommt er zurück und sieht, oh mein Gott, Garb macht da gerade Galaxy Impact, da müssen wir mal intervenieren. Dann kann es zu so einem Gedankenspiel kommen, dass aber, wie gesagt, es gibt kein Vertrauens, Misstrauen von Blackbeard seitens Kusan. Ich glaube, das wurde bereits im Dressrosa-Arc eigentlich angesagt, dass es da im Grunde kein Misstrauen gibt, weil Jesus Burgess hatte dieses Misstrauen gegen Kusan und hat das gegenüber Lafitte geäußert. Und Lafitte war eigentlich verärgert und hat gesagt, nein, Blackbeard hat da kein Misstrauen und dasselbe könnte man über Shiro sagen, weil Shiro ja auch zwar nicht bei der Marine war, aber halt bei Impel Downwerter war und dann zu den Blackbeard-Piraten gewechselt ist. Also scheinbar steht da das Vertrauen von Kusan nicht in Frage. Also kann ich mir auch vorstellen, dass er da auch keinen Vertrauensbeweis von Seiten Kusan irgendwie fordern wird. Ich meine, auszuschließen ist das nicht oder so, aber wer weiß, wer weiß. Ist halt schwierig, aber aktuell sehe ich da nicht das Treffen. Mal gucken, wo Blackbeard hingeht. Kann ja auch sein, dass wir jetzt im nächsten Kapitel, das wäre ja so passend, das nächste Kapitel sehen wir einfach Blackbeard gegen Law. Und dann hätten wir auch erst mal Gewissheit, was gerade da auch passiert und dass die immer noch auf Winner Island sind. Und das würde ja auch passen, denn wir haben jetzt das Ende von Elbaf quasi gesehen, also das Ende von Shanks und Kit. Wir haben jetzt gesehen, was auf der Pirateninsel passiert. Jetzt könnten wir mal zeigen, wieder was auf Winner Island passiert oder man geht halt zurück nach Elkett Island. Das wären so die Möglichkeiten. Und das ist ja auch immer das, warum ich in den Titel schreibe. Wir reden ja auch über das nächste Kapitel und spekulieren, was passieren könnte. Und dann kriege ich manchmal den Vorwurf, dass ich dann die Spoiler schon gelesen habe, wenn es richtig ist. Zum Glück kommen heute keine, aber na gut. Ihr habt es ja gesehen, jetzt die letzten Wochen, ich lese die immer direkt dann nach den Q&As. So, das waren aber erstmal alle Fragen, die im Vorfeld gestellt worden sind. Ihr könnt jetzt noch ein paar Fragen in den Chat stellen, weil jetzt kommen wir zu einer schnellen Fragerunde. Es wurden nämlich noch mal so ein paar allgemeine Fragen an mich persönlich gestellt. Da werde ich das jetzt mal so im Schnelldurchgang durchhauen. In der Zeit habt ihr dann Zeit, ein paar Fragen zu stellen. Steve Ternow hat nämlich viele Fragen gestellt, ich glaube 21 Stück, wenn das hier so richtig ist. Wer ist mein Lieblingscharakter? Das ist eigentlich nicht unbekannt, das ist Blackbeard. Wer ist dein Lieblingsantagonist? Ja, ist natürlich dann auch Blackbeard. Was ist mein Lieblingszitat? Ist natürlich auch die Aussage von Blackbeard auf Jaya. Wo kommen wir denn hin? Dass Piraten keine Träume mehr haben. Piraten werden immer träumen, denn Träume sterben nie. Wer ist meine Waifu oder Husbando in One Piece? Also jetzt speziell wahrscheinlich bezieht sich das auf One Piece. Tatsächlich habe ich da keine. Ich finde ein paar Mädels ganz cool. Ich habe ja da auch eine ganze Galerie hier hinten stehen davon, aber keine, die ich da hundertprozentig als Waifu betrachten würde. Also das geht da dann auch in gewisse romantische Verhältnisse und die habe ich da keinem Charakter da entgegen. Es gibt auch Charaktere, die weiblich sind und die ich einfach lustig und cool finde, ohne da mehr Interesse zu haben. Was ist mein Lieblingskampf? Es ist auch sehr einfach. Ruffy gegen Usopp auf Water 7. Sehr emotional, sehr cool inszeniert, sehr cooler Auftritt von Usopp. Was ist mein Lieblings-Opening? Ich habe da gar nicht so viele, die ich mich erinnere. Das Thema ist auch, Openings betrachte ich eher aus der musikalischen Richtung, weil ich eher die Songs höre, als mir das Opening immer wieder anzugucken und dann ist es auf jeden Fall Twinkle Twinkle Rainbow Star. Ich keine Ahnung, das blieb so in den Ohren und natürlich We Go. We Go. We Are war auch super, aber auch das aktuelle Opening ist ganz nice. Was ist meine Lieblings-Episode, Lieblings-Kapitel? Oh, da habe ich gar keins. Ich habe viele Kapitel, die halt cool sind, aber so wirklich, weiß nicht. Vielleicht ist das Kapitel, wo Nico Robin sagt, dass sie leben möchte. Das hat man auch im Anime, glaube ich, zehnmal gesehen oder so, weil dann die ganzen Flashbacks kamen. Das ist schon eine ziemlich coole Szene und auch sehr emotional. Welcher ist dein Lieblingsfilm von den One-Piece-Filmen? Ist auch ganz einfach One-Piece-Film-Set, überraschenderweise danach One-Piece-Film-Red. Ich finde den Soundtrack von Red, den Gesang von Uta, ist ja Ado im Original sehr, sehr cool. Also New Genesis ist ein cooler Song. Welches One-Piece-Game magst du am liebsten? Schwierig. Die sind alle so okay. Ich würde sagen, ich weiß nicht, echt schwierig. Ich fand Pirate Warriors 3 ganz gut. Und vielleicht Burning Blood. Das war auch ganz witzig. Da habe ich gerne gespielt. aber meistens spiele ich die bis ich alle Achievements habe und dann höre ich dann auch meistens auf damit. Außer jetzt bei Odyssey. Das könnte ich vielleicht demnächst mal spielen, da kommt ja jetzt auch bald ein Add-on. In welche Bande würdest du eintreten, wenn du könntest? Rumba-Piraten. Die waren eigentlich ganz lustig, aber ich kann kein Instrument spielen, deswegen passt das nicht so ganz. Strohbande wäre halt schon cool. Bei Blackbeard will ich nicht sein. Ich mag Blackbeard, aber diese Typen mit denen könnte ich nicht aus. Kuja-Piraten wäre witzig, da wäre ich aber auch tot. Keine Ahnung, irgendeine coole Band, irgendwas, wo die lustig drauf sind oder so, nicht irgendwie so aggressiv. Was war der traurigste Moment bisher für mich? Schwierig, gibt ein paar, aber ja, Nico Robin war schon ein Thema. Witzigster Moment war, ich finde die witzigsten Momente in One Piece sind immer, wenn Ruffy andere Strohhut Mitglieder nachmacht. Die fand ich witzig. Also das macht er mittlerweile nicht mehr. Das hat er gerade so am Anfang gemacht, so Alabaster Saga und Skypie Saga, das finde ich schon richtig witzig. Welcher war der witzigste Moment, das hatten wir? Was ist der unvergesslichste Moment? Viele. One Piece hat einfach zu viele, also die jetzt alle aufzuzählen, ich habe ja schon ein paar Momente genannt, die sind halt krass. Was sind meine Lieblings Teufelsfrüchte? Auch da gehe ich halt immer damit, die witzigsten Logia, gibt es nicht mal irgendwas Witziges. Was finde ich bei Logia cool? Weiß nicht, keine Ahnung, also Eisfrucht ist cool. Gefrierfrucht ist schon cool. Weiß ich nicht, würde ich da selbst noch die Kälte fühlen oder so etwas? Kein Plan, Feuer wäre mir zu gefährlich allgemein. Magma auch, Waldfrucht ist doch ganz cool, Waldfrucht würde ich cool finden, Soanfrucht, ein cooles Tier, irgendwas cooles, so ein Faultier, Bärfrucht Modell Faultier oder so, das würde ich witzig finden, irgendwas lustiges, Giraffe ist cool, ich bin da nicht so irgendwie auf Stärke getrimmt, was ist die Stärkste oder so, was Lustiges haben, irgendwas, was, die Leute denken, Bruder, was hast du da jetzt am Start oder so, hier, Hund-Hund-Frucht Modell Corgi oder so, das wäre auch witzig, und Paramezia-Frucht, ja auch irgendwo, wo man halt lustige Sachen damit machen kann, Hormon-Frucht finde ich super witzig, also nicht nur wegen der Geschlechtsumwandlung, weil auch, kannst du dir dann ein riesiges Gesicht machen und so etwas, auch Klon-Frucht ist da ganz, ganz witzig, also wo man irgendwie Spaß haben kann, aber am Ende halte ich es so wie Oder, die Flora-Frucht von Nico Robin wäre wahrscheinlich am nützlichsten. Welche Haki-Art würdest du am liebsten besitzen? Ist mir alles zu anstrengend. Ich würde auch Observations-Haki nicht cool finden, stell dir mal vor, du kriegst dann alles mit, was bei dir rundherum so auch passiert. Keine Ahnung, Königshaki würde jetzt auch keine Leute ausknocken. Rüstungshaki wäre halt cool oder so, da kann man sich noch schützen, wenn man mal runterfällt oder so. Sub oder Dub oder beides bei One Piece nur Subtitel, also nur Untertitel. Ich kann mir die deutsche Synchro kaum geben. Und ich sage nicht, dass die Synchronsprecher schlecht sind, ich finde nur, die meisten Synchronsprecher in One Piece sind falsch besetzt. das passt halt nicht zu der Stimmfarbe, die die Charaktere normalerweise haben. Kapone gegen Badgie war grausam, Kaido fand ich auch nicht so gut. Ich finde halt, man muss aber an der Stelle sagen, das Original, die Originalstimmen bei One Piece, das ist nochmal Next Level zu allen anderen Synchronsprechern. Da kommst du halt teilweise gar nicht ran an das Original. Was mag ich eher weniger an One Piece? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das mies gemachte, also es ist eher so ein Community-Produkt, so immer mies machen, so One Piece ist langweilig, jetzt ist Shanks der Stärkste, jetzt ist Gab der Stärkste, immer so dieses Negative. Ich finde, man soll doch einfach Spaß haben an diesem Manga und der lässt nach auch so vielen Jahren nicht nach. Es sind vielleicht mal ein paar Kapitel, die nicht so interessant sind, aber ihr wisst ja aus meinem Review, ich feiere diese Kapitel trotzdem ab. Das ist das, was ich eher weniger bei One Piece mag. Dieses Toxische dazwischen, auch diese, oh, wer ist krasser, Sanji oder Zorro und ey, du hast kack. Und auch, das ist das Allerbeste, immer der Satz, wenn es um Meinung geht, du hast keine Ahnung. Das finde ich immer ganz, ganz schlimm. So Tierlisten zum Beispiel, wie kannst du nur, das ist meine persönliche Meinung, wie ich das einranke. Ihr habt eine andere persönliche Meinung. Meinungen sind unterschiedlich, ist halt einfach so. Einer findet das besser, ein anderer das und ich versuche das halt aus meiner Sicht halt zu erklären. Auf welchem Platz deiner persönlichen Anime-Manga-Liste steht One Piece für mich? Eins oder zwei? Eins. Ich würde sagen eins, aber Hard, Hard, Chainsaw Man kommt hart nach. Also Chainsaw Man ist nochmal anders wild mit jedem Kapitel. Auf, auf mehreren Ebenen. Aber das würde euch wahrscheinlich nicht so, so zusagen. Also ja, Chainsaw Man und One Piece sind so meine Top-Manga. Als Anime steht One Piece nicht oben, nicht sehr weit, weit unten. Ist halt als Anime nicht so prall, aber das liegt halt auch daran, das hat über tausend Folgen, Leute. Also irgendwann spielt sich das tot und man kennt alles in- und auswendig aus dem Manga. Das ist halt eher etwas, was ich so nebenbei gucke. Da gibt es deutlich mehr Anime, die ich besser finde. aber zur Verteidigung, die sind deutlich besser animiert, weil sie halt dann auch nur zwölf Folgen haben und so weiter und so fort. Aber ja, ich meine, One Piece von Studio Mappa wird es wahrscheinlich nicht geben oder von Cloverworks oder von WID Studios oder von Ufotable, die jetzt Demon Slayer gemacht haben. Habt ihr gestern die Demon Slayer die erste Folge gesehen? Habt ihr die Animationen der ersten fünf Minuten gesehen? Das waren mehr Animationen, als One Piece hatte im letzten Jahr komplett. So ein Ding ist das. Leider, aber es ist halt auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist halt unfair. Welcher Moment hat mich am meisten geschockt? Meistens diese Verräter, da bin ich voll schlecht drin. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also wirklich geschockt. Keine Ahnung. Müsste ich überlegen. Es müsste ja noch irgendwas sein, wo ich die Spoiler nicht gelesen habe. Weiß ich nicht. War in den zwei Jahren irgendwas Krasses dabei, was so dieser Schock war oder sonst irgendwie? Hm. Wüsste ich jetzt nicht. Also ich war schon mal gehypt oder so und ihr habt es ja bei den Live-Reactions gesehen, aber so wirklich geschockt, wo ich sage, das ist mir jetzt aber voll nahe gegangen, eher weniger. Letzte Frage ist hier, wer ist dein Lieblingsstrohhut? Ich denke, es ist weiterhin Zorro. Also mir wird ja meist unterstellt, dass ich ein Sanji-Fanboy bin. Nein, ich habe auch keine Sanji-Figur, ich habe eine Zorro-Figur. Und danach wäre es wahrscheinlich auch Usopp. Usopp, Ruffy, also Sanji wäre nicht mal unter den Top 5 bei mir, aber ich finde Sanji trotzdem cool. Und das ist halt ein Thema, ich finde die alle cool. Ich finde auch ganz andere Charaktere in One Piece cool, die keiner cool findet. Hier, Frankie Funk. Frankie Funk mit der Jackenfrucht. Super. So, jetzt kommen wir noch zu den Fragen in dem Chat. Was ist eigentlich mit den Whitebeard-Piraten? Wird es davon auf Egghead die ein oder andere Person geben? Eher weniger. Also, ich würde schon sagen, Whitebeard-Piraten könnten jetzt wieder ein Thema werden, wenn wir den Strang von Marco weiterverfolgen und der sich wirklich entscheidet, Weevil aus dem Impel Down zu holen oder aus den Fängen der Marine von Ryokyu. Und dann trommelt er vielleicht die alten Whitebeard-Piraten zusammen, die dann einen Grund haben, ihn auch rauszuholen. Wäre eine Möglichkeit. Da sehe ich die halt eher als auf Egghead Island. Aber im Egghead Island Arc sehe ich da noch Möglichkeiten. Was, vielleicht ist es sogar Wang Xi, der sich nach der Niederlage Blackbeard angeschlossen hat. Möglich. Eher unwahrscheinlich, aber möglich. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, falls Avalo Pizarro zur kompletten Insel werden würde, müsste die Insel dann Gesetz der Teufelsbrüchte nicht untergehen. Vermutlich nicht, weil er dann wahrscheinlich zu groß wäre, so wie bei San Juan Wolf. Und er nicht genug im Wasser wäre, um unterzugehen, vermutlich. Ich glaube auch nicht, dass er zur kompletten Insel werden kann. Das ist so ein Thema. Also vielleicht kann er das, aber ich weiß nicht, ob er das tun wird. Meinst du, dass Cusan Garp töten wird? Wie quasi, äh, der Rest lese ich nicht vor, weil es ein Spoiler ist. Ähm, also nicht für One Piece, aber für was anderes. Ähm, nee, keine Ahnung, glaube nicht. Wie gesagt, äh, wir haben ja vorhin darüber geredet, ähm, so ein wirkliches Vertrauens, Misstrauensverhältnis entsteht, besteht ja gar nicht davon, dass Cusan sich in irgendeiner Weise beweisen muss, indem er halt irgendjemanden tötet. Ja, das war ja auch die Theorie, er muss, muss Kobe töten, um sich Blackbeard zu beweisen. Was beweist das denn, dass er gegen die Marine kämpft und die töten würde? Ach, schwierig. Also ich, ich weiß, ich sehe so ein Szenario nicht. Ist halt auch wieder sowas, was, äh, gegen, gegen Odas Grundprämisse, sprich, dass er eigentlich nicht so gerne Leute tötet. Ähm, und wir haben es ja jetzt gesehen, da ist ja wieder gar keiner gestorben, oder? Kobe noch am Leben im Gefängnis, Gekko Moria noch im Gefängnis am Leben, ähm, Kaido und Big Mom immer noch nicht bestätigt, Diaz Drake, Basil Hawkins, viele der Numbers, noch einige andere Leute, auch immer noch nicht bestätigt, sind die tot oder sind die nicht tot? Also, weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber wenn es dazu kommt, wird es wahrscheinlich nicht ausgeführt werden. Ähm, es gibt eine Sache, die mich an One Piece stört, Leute sterben, aber leben dann trotzdem wieder, das macht viele Sachen komplett kaputt. Pedro, äh, hat mich null, äh, dachte, lebt eh. Ja, der Pedro ist ja tot. Also, es gibt Leute, die tot geglaubt sind und dann wieder leben. Okay. ist vielleicht auch in vielen Anime- und Manga-Publikationen auch so, dass die dann wieder leben. Ja, nicht in allen, aber auch in einigen. Wie viele Charaktere sind das tatsächlich? Und waren die wirklich tot? Oder haben wir nur geglaubt, dass die tot sind? Ist ja auch wieder so ein Thema. Also, weiß nicht, regt mich nicht so besonders auf. Also, mich hat, wenn überhaupt, eher was aufgeregt, dass, dass, äh, dass Oda diesen, diesen Move gemacht hat, dass, äh, York sich selbst versteinert hat, damit man sie halt ausschließt. Das fand ich, ich hab das auch, natürlich in den Q&As auch gesagt, vielleicht hat sie das so gemacht und deswegen müssen wir sie ausschließen, aber es war dann halt auch irgendwo unfair für die Leute, die dann wirklich mitgeraten haben. Äh, wie legitim sind SORT-Mitglieder unter Marine? Dürfen die Befehlen, äh, selbst Entscheidungen treffen? Die haben innerhalb der Marine weiterhin ihre Ränge. Kobe ist Kapitän, äh, Prinz Groß ist Konteradmiral, und Garb ist weiterhin Vizeadmiral. Die haben auch weiter Leute unter ihrem Befehl, die den Befehl folgen müssen. Na klar, also, die haben natürlich Entscheidungsgewalt. Ähm, denkst du, dass Big Mom und Kaido endgültig tot sind? Auch so eine regelmäßige Frage im Stream. Ich kann es weiterhin nicht beantworten. Wir wissen es halt nicht. Also, ich kann mir persönlich vorstellen, dass Big Mom noch am Leben ist und Kaido tot ist. Können beide tot sein, können auch beide noch am Leben sein. Also, schwierig. Schwierig. Wie lange denkst du, geht One Piece noch? Drei, vier Jahre, vier, fünf Jahre, so in dem Dreh, wird noch gehen. Also, man kann sich das ja selbst so ein bisschen ausrechnen, was noch alles passieren muss, und am Ende wird es Oda wahrscheinlich eher verlängern als verkürzen, was viele ja davon ausgehen, oh mein Gott, Oda zieht jetzt mal so richtig an, weil jetzt mal ein paar Kapitel, was viel passiert ist, aber am Ende wird sich doch jetzt auf dem letzten Meter sich sein, sein Werk nicht ruinieren lassen, indem er alles schnell abhakt, nur um fertig zu werden. Das glaube ich nicht. Hätte er das gemacht, dann wäre One Piece schon vor zehn Jahren zu Ende gewesen. Ähm, denkst du, Rayleigh ist auf einem ähnlichen Level wie Garb und wird er uns auch noch zeigen, was er wirklich drauf hat. Hat er uns doch gezeigt. Ich meine, der hat auch locker mit einem Admiral mitgehalten, na klar, der wahrscheinlich ein ähnliches Level wie Garb. Wie krass er dann am Ende genau ist, wissen wir halt nicht. Könnte gleich stark sein, könnte ein bisschen schwächer als Garb sein. Das ist halt eine ganz andere Sphäre als die, die wir bisher hatten in One Piece. Ähm, das ist ja auch immer etwas, wo man sagen kann, es gibt halt nicht dieses Level-System, dass man sagt, ganz oben ist Kaiser, dann kommt Admiral, dann kommt Kaiser, Kommandant und dann kommt Supernova und sowas. Das geht halt nicht. Du hast viel mehr Abspaltung, ja. Wenn du eine Tierliste machst, müsstest du es eigentlich so machen. S plus plus, S plus, äh, S, äh, A plus, A, A minus, B plus, B, B plus, so musst du das machen. Das ist viel zu versteigt. Vielleicht sollte ich mal eine Stärke-Tierliste machen oder bei der nächsten Teufelsbruch-Tierliste wirklich mit irgendwie 15 Kategorien bis nach unten, damit du das richtig fairerweise ranken kannst. Weil viele Leute beschweren sich dann, dass die eine Teufelsbruch oder der eine Charakter auf dem gleichen Platz ist wie der andere Charakter, äh, weil, weil viele die, äh, Erklärung dann halt überspringen, leider. Äh, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Hartpiraten getötet werden und nur Lore fliehen kann und sich dann den Strohhüten anschließt? Nicht unwahrscheinlich. Nicht unwahrscheinlich. Aber ja, ich hab ja gesagt, ich, äh, versuche ein, äh, Videoreihe zu machen, wo ich über wilde Theorien rede, die man vielleicht nicht so hundertprozentig ernst nehmen sollte. Ich hab auch kurz darüber, äh, überlegt, das dann so einzuleiten. Das sind Theorien, die ich nicht so krass, äh, ähm, ähm, recherchiert habe und dann sag ich aber aus dem Off, nein, stimmt nicht, ich hab sie trotzdem richtig gut recherchiert. Äh, nur die Wahrscheinlichkeit, dass diese Theorien eintreffen, ist viel unwahrscheinlicher als bei den normalen Theorien, die ich mache. Aber sie sind nicht unwahrscheinlich. Ja, wir wissen halt nicht, wie Brime Garp und Brime Rayleigh waren, deswegen, äh, kann man nicht sagen, wer damals stärker war. Ähm, ja, das mit One Piece Spiel hatten wir ja schon. Wie gesagt, ich finde, das sind halt allgemein, Anime Games, äh, sind halt allgemein nicht so pralle. Also, das Beste, was ich wirklich gespielt habe, war, äh, war das Demon Slayer Spiel. Das fand ich richtig cool. Ähm, man kommt mal wieder Rankings, hätte mal Bock auf die Marine. Die Marine ist viel. Das ist das Problem. Es gibt manche, äh, Tierlisten, da sind halt wirklich viele Charaktere und die alle dann vorzubereiten und dann keinen zu übersehen, ist recht schwierig. Weil es gibt ja auch keine Liste davon. Und dann stellst du dir halt die Frage, musst du diesen Charakter mit reinnehmen? Oder ist er im Grunde so unwichtig, dass es sowieso irgendwie gar keinen interessiert in dieser Tierliste? Aber ich weiß genau, in den Kommentaren schreibt mir dann Leute, ey, was ist mit dem und dem Charakter? Wie willst du den dann ranken? Den haben wir bisher immer nur im Hintergrund gesehen. Gerade bei den Vize-Admirälen ist das ultra schwierig. Deswegen, äh, mal schauen. Also deswegen, wirklich, Teufelsrüchte ist, ist das Einfachste, weil wir da am meisten wissen. Äh, ich dachte halt, Petro lebt noch, deswegen hat mich sein Tod überhaupt nicht getroffen. Nehmen wir Pehl, der Tod war unnötig, er lebt, da sein Vater von Lola tragisch geopfert, lebt dann, okay, ja, es gibt da schon ein paar Leute, die, die Sachen überlebt haben, wo viele Leute geglaubt haben, die sind tot. Aber das war halt der Punkt. Wir haben geglaubt, sie sind tot, äh, weil es wahrscheinlich war, dass sie tot waren, aber sie sind dann am Ende nicht tot. Das ist halt der Punkt. Es wurde nie bestätigt, dass sie tot waren und dann, äh, uns dann wieder als, äh, lebend präsentiert wurden. Äh, glaubst du, dass als nächstes Dragon seine Kraft zeigt? Das wird auf jeden Fall langsamer Zeit. Vielleicht wird das ja in Kapitel 1100 gezeigt, denn in Kapitel 100 tauchte Dragon das erste Mal auf und tausend Kapitel später erfahren wir, was seine Kraft ist. Wäre eigentlich ein super Ding für Kapitel 100 und würde dann dieses Jahr noch stattfinden. So, das, äh, muss aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den ganzen Fragen. Hatten ja doch dann noch einiges an Fragen geklärt. Äh, nächste Woche wird es dann wieder einen allgemeinen Q&A geben, weil wir ja kein Kapitel haben. Ist ja diese Woche Pause und, äh, dann geht's nächste Woche dann auch ganz gewohnt weiter mit Spoiler-Videos. Erst ein Druck-Review, Review dann, äh, mit Analyse am Sonntag. Äh, vorher die Live-Reaction auf Twitch. Diese Woche werde ich euch höchstwahrscheinlich dann auch noch das ein oder andere One-Piece-Video präsentieren hier auf dem Kanal. Auf dem Zweitkanal wird es diese Woche auch weitergehen. Da kommt die Chainsaw-Man-Review. Dann wird da wahrscheinlich auch erstmal wieder Pause sein. Und, äh, an alles Weitere werden wir dann auch noch sehen. Ja, gerne könnt ihr mir ja auch in die Kommentare, ähm, Themenvorschläge für Podcast und das Weitere schreiben. Das könnt ihr übrigens immer machen, äh, gerade hier nach dem Q&A, äh, wo ja ein bisschen wenig, äh, Kommentare dann sonst reinkommen. Da ist das immer ein guter, ähm, Bereich, um dann, äh, Themenvorschläge für Podcast und so weiter reinzuschreiben. Aber es sollte auch, äh, mehr Leute als nur euch selbst interessieren. Das wäre halt dann schon wichtig. Ähm, in diesem Sinne, äh, bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinen Antworten haltet. Ja, vielleicht seid ihr gleicher Meinung, vielleicht seid ihr dagegen, aber am Ende, ihr wisst Bescheid, wichtig ist, dass ihr in den Kommentaren eskaliert und lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und gerne könnt ihr natürlich auch den Kanal abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, macht's gut, Leute, bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!